So, am Anfang müssen wir uns noch zwei weitere Kinder aussuchen und zwar Nummer 1 ist Dave, das ist Sandys Freundin, jetzt beginnt hier schon so ein Vorspann, Quatsch, den wollen wir nicht sehen, beziehungsweise nicht der Vorspann, sondern so eine, früher hatten die Spiele, wenn man im Startbildschirm lange nichts gemacht hat, dann kam irgendwie so Unsinn, das ist hier auch so. So, also das ist nochmal Dave, Sandys Freund, Organisator der Rettungsaktion und wir müssen jetzt einen weiteren Mitstreiter auswählen und je nachdem, wen wir auswählen, entsprechend anders lösen sich die Rätsel. Wir können Sid auswählen, einen aufstrebenden Musikanten, der eine eigene New Wave Band gründen will. Wir können Michael auswählen oder Michael, preisgegründer Fotograf für die Schülerzeitung. Wir können Wendy auswählen, möchte gern Schriftstellerin werden und wartet auf den Durchbruch. Wir können Bernhard auswählen, Präsident des Physikclubs und Gewinner des Eierkopfpreises. Wir können Razor auswählen, Sängerin der Punkband Razor and the Scumets. Und wir können Jeff auswählen, hängt normalerweise am Strand rum und hört auch, oh Leute, geh mal weg mir. So, hängt normalerweise am Strand rum und hört auch auf den Namen Surfer Dude. So, ich habe ehrlich gesagt, das wäre normalerweise die Stelle, den Chat zu fragen, aber ich habe zwei extreme Favoriten, ehrlich gesagt. Insofern entscheide ich das jetzt mal und die Entscheidung fällt auf Razor und auf Bernhard. Die beiden wollen wir mit reinnehmen. Ich glaube, das ist eine sehr schön skurrile Kombination. Vor genau 20 Jahren. Das war das, was ich meinte, Leute. So, Ronjul bleibt natürlich der große Meister, wird hier nochmal geehrt. Ach, übrigens, das ist auch ein Grund, warum ich diese Version spiele, weil in der Day of the Tentacle Version es keine deutsche Version ist. So, das sind die Leute, die jetzt hier diese Deluxe-Geschichte gemacht haben. Man beachte die Silhouetten der Länder, wie schön gemacht, oder? Oberen Text kann man nicht lesen. Da muss ich mal gucken. Oh ja, das stimmt, ihr habt recht. Ich habe es ein bisschen zu hoch gezogen. Oh, das wollen wir nicht. So, geht weiter. Okay, hier sind wir beim alten Haus. Hier hat Dr. Fred Sandy verschleppt. Wir müssen sie da rausholen. Das könnte gefährlich werden. Wenn jemand aussteigen will... Okay, ich bin schon weg. Bernhard, sei kein Feigling. Es geht schließlich um Sandys Leben. Na gut. Ich habe gehört, Dr. Fred sei ganz nett. Okay, jetzt holen wir Sandy da raus. Alles klar, Leute. Alles klar, Leute. Es geht los. Das klassische Menü. Und es ist tatsächlich so, dass wir hier zwischen den Charakteren wechseln können. Und je nachdem, wen man hat. Der hat auch ein eigenes Inventar, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Razer ist tatsächlich Rasiermesser scharf. Ja, finde ich auch. Absolut. Okay. Dann geht es mal los. Sound soweit okay. Viel Sound ist ja nicht. So, jetzt kommt das übliche Adventure-Spiel. Wir gucken uns alles genau an. Warnung. Eindringlinge. Werden schrecklich verstümmelt. Oh mein Gott. Kann man das Schild... Ich nehme mal gleich das Schild mit. Mal gucken, ob das geht. Ich kann nicht. Okay, das war zu optimistisch. Dr. Fred scheint wirklich verrückt zu sein. So. Jetzt müssen wir... Es gibt hier noch keine Hinweise. Irgendwas aufleuchtend. Wir müssen alles so abscannen. Jeden Pixel abscannen. Zum Beispiel, ob man die Sterne einstecken kann. Oder sowas. Oh, ein Helpschild ist im Fenster. Hier unten haben wir einen Busch. Ein paar Büsche. So. Und den Teil, an den erinnere ich mich jetzt. Beziehungsweise den kenne ich noch. Der ist nämlich klassisch. Der Fußabtreter. Schauen wir uns den erstmal an. Da steht Verschwinde. Auf dem Fußabtreter. So. Und jetzt können wir, glaube ich, irgendwie... Warte mal. Wir können, glaube ich, Ziehe, Fußabtreter oder sowas. Jawohl. Und da haben wir ganz klassisch. Das sieht wie ein gewöhnlicher Hausschlüssel aus. So. Und den können wir jetzt nehmen. Und damit können wir vermutlich die Tür öffnen. Und wir gucken uns erstmal weiter hier oben. Also das Helpschild ist... Kann ich da oben eigentlich lang gehen? Ja. Hey, cool. Das Helpschild ist nicht auszuwählen. Hier ist auch nichts weiter. Wir gehen erstmal hier oben alles ab. Okay. Na, da haben wir noch einen Briefkasten. Und hier unten sind auch nochmal Büsche. So. Ein paar Büsche. So. Und da hinten sieht man aber irgendwie... ...ein Gitter. Es ist verrostet. Und geht kaum auf. Ich glaube, jetzt habe ich Öffner gemacht. Ich schaue mir erstmal das Gitter an. Verrostet. Gut. Also das können wir nicht... Das können wir nicht öffnen. Wir machen nochmal ein Nimm-Gitter. Ne. Alles klar. Das ist dasselbe. Aber das könnte noch von Interesse sein. Dieses Gitter. Wir gehen erstmal hier links rüber und sehen... ...einen Briefkasten. Und das ist so filigran bei diesen Spielen. Dann geben... Also werden auch bestimmte Elemente... ...dann nochmal extra gewertet. Hier gibt es nämlich noch einen Zeiger. So. Wir können den Briefkasten öffnen. ...leer. Okay. Schließe ich ihn. Hier ist ein Zeiger, den ich benutzen kann. Den kann ich hoch und runter machen. Das könnte noch irgendwie interessant werden. Ich glaube, hoch heißt... ...dass der Briefkasten voll ist. Vielleicht kann man so Leute rauslocken. Ich gucke mir nochmal den Zeiger an. Der Zeiger vom Briefkasten. Geil. Okay. Gitter mit Zaunstange. Der erste Vorschlag. Aber eine Zaunstange... ...die habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht entdeckt. Insofern... ...was ich jetzt überhaupt nicht weiß... ...sollte man seine Leute jetzt eigentlich... ...ich gucke mal, ob hier eine Zaunstange verfügbar ist. Könnte ja sein, ne? Könnte ja sein. Äh... ...ne. Adressschild. Schaut mal, hier ist noch ein... ...das ist ein anderes Schild. 1, 4, 2, 5, Cemetery Lane. Uh, das könnte noch... ...das könnte wiederum noch irgendein Code ergeben oder sowas. Ähm... ...wollen wir uns das gleich mal aufsch... ...wäh? Was? 7... Hä? Er hat jetzt was anderes vorgelesen. 9, 9, 4, 5, Cemetery Lane. Was ist das für ein Scheiß? Okay. Er will uns verarschen. Gut. Ich würde mal sagen... Ähm... Oh, schaut mal, da ist eine Türklingel. Die sehe ich jetzt erst. Die gucken wir uns erst mal an. Dies ist das Haus von Dr. Fred. Schwester Edna. Weird Ed. Dead Cousin Ted. Grün Tentakel und Purpur Tentakel. Oh, okay. Da wissen wir gleich, wer hier alles wohnt. Ich würde mal sagen, wir drücken mal die Türklingel. Äh, ne, ich glaube, ich habe sie nicht gedruckt, ne? Ich bin hingegangen. Oh, die Türklingel. Vielleicht das mein Paket? Verdammt, ich glaube, wir müssen jetzt weg oder so. Können wir hier schon erwischt werden? Hätten wir jetzt den Zeiger oben lassen müssen? Kommt der jetzt raus? Ey, Leute, das macht mich total fertig. Das Spiel ist ja jetzt schon ein Schockerspiel. Die Spannung steigt. Hm, Leute. Verdammt. Kannst du das Schild nicht lesen? Und jetzt hau endlich ab. Okay. Gut. Ich versuche einfach mal, den Schlüssel zu benutzen. Ja, so geht es natürlich auch. Okay, wir können ihn aber, das wissen wir jetzt, wir können ihn per Klingel irgendwie runterlocken. Das könnte noch von Interesse sein. Ja, genau, man kann das Schild hochmachen. Aber wir gehen erst mal so rein. Okay, wir sind drin. Jetzt ist die Frage, sollte man die anderen reinholen? Ach so, man kann auch mit den anderen gleichzeitig das Schild hochmachen. So eine Geschichte, ne? Das ist ja auch alles möglich. Na gut. Oh, die Kinder können miteinander reden. Alles klar, Leute. Wir gucken uns erst mal alles genau an, bevor wir was machen. Und Ja, schauen wir uns erst mal die Großvateruhr hier an. Die Uhrzeit stimmt genau. Und welche ist es jetzt? Um drei. Könnte das noch wichtig sein? Möglicherweise. So, das ist die Haustür. Die kennen wir schon. Hier ist eine Tür. Die will ich noch nicht betreten. Wir haben eine Vase hier. Die Pflanzen haben auch schon bessere Zeiten gesehen. Ja. Da blättert so ein bisschen was von der Tapete ab. Wir nehmen mal kurz... Wir nehmen so klassischerweise mal alles. Steck mal ein. Ich kann ja nicht. Ja, das wäre auch wirklich Quatsch. So, ein Kobold haben wir hier. Sieht irgendwie gruselig aus, der Kobold. Hm, sieht locker aus. Ach, die sehen unterschiedlich aus. Die sehen auch gleich aus. Okay. Oh nein! Nun, meine Liebe, gefällt's dir hier? Sandy! In ein paar Minuten ist alles vorbei. Meine Maschine saugt dir dann... ...dein süßes Gehirn raus. Damit kommen sie nie durch. Ich hoffe, wir haben kein Zeitlimit. Dave und seine Freude werden mich retten. Sie und der Meteor können einpacken. Welcher Meteor? Das glaubt auch nur sie. Lauf weg, Sandy! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay. Soll das jetzt hier so ein bisschen Druck aufbauen? Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Wir machen hier gemütlich alles weiter. So. Wir gucken mal, ob wir die Kobolde nehmen können. Nee, kann er nicht. Die Vase wird vermutlich ähnlich aussehen. Ja, da sagt er nichts Neues. Da oben ist nicht. Hier haben wir eine Tür. Okay, wir haben jetzt drei Türen. Ich würde mal sagen... Und wir können eine Treppe hochgehen. Ich würde mal sagen, wir fangen systematisch an. Gehen wir mal hier durch die Tür. Adam hat keinen Ton. Haben die anderen Ton? Also mir wird eigentlich angezeigt, dass ihr Ton haben müsstet. Stimmt, André Meier. Der Meteor ist eingeschlagen. Okay, die anderen sagen, Ton ist vorhanden. Adam, dann liest du es irgendwie an deinen Browser-Einstellungen vermutlich oder so. Alles klar. Danke euch. Jo. Prima. Wir gehen mal rein. Wir öffnen die Tür. So. Okay, das ist die Küche. Was sind hier unten? Sind das Steckdosen oder sind das Kacheln? Weiß kein Mensch. Ich hoffe... Wisst ihr was? Ich speichere einfach mal. Nur mal so spaßenshalber. Damit wir mal... Das war mein Teststand. Jetzt machen wir mal hier. Äh... Eins. Auf Platz zwei speichern wir eins. Falls doch irgendwie Zeitstress ist. So, wir haben eine Taschenlampe. Ja, großartig. Die braucht Batterien. Ah, okay. Egal. Wir nehmen sie. Gut. Also, eine Taschenlampe haben wir schon mal. Aber ohne Batterien. Da haben wir eine Mikrowelle. Der Klassiker. Gucken wir uns erstmal an. Eine mächtige Maschine. Oh Gott, das Blut an der Wand. Seht ihr das auch? Okay, wir können sie aufmachen. Machen wir sie erstmal wieder zu. Hier ist ein Herd. Wurde wohl schon lange nicht mehr benutzt. Und können wir den auch aufmachen? Ich bevorzuge die Mikrowelle. Und hier haben wir sie. Die Klassiker Kettensäge. Hehehe. Sehr geiler Kommentar. Yo, wir haben die Kettensäge, Leute. Und das Lustige ist, für die, die es nicht wissen. Für diese Kettensäge, das ist ja schon zur Legende geworden. Das weiß selbst ich, der das Spiel jetzt nicht durchgespielt hat. Für diese Kettensäge gibt es kein, kein Benzin. Er sagt nur, hä, hä? Ich versuche mal, benutze. Ich glaube, die hat kein Benzin. Und im ganzen Spiel findet man kein Benzin für diese Kettensäge. Und ich glaube, bei Day of the Tentakel, ich weiß nicht mehr genau, irgendwo da findet man dann Benzin. Hat aber keine Kettensäge mehr oder so. Das ist der absolute Running Gag. So. Ne, Herr Wolf. Eine Kroketensäge. Das könnte auch sein, ja. Hm. In Sack McCracken war es. Genau, wo es Benzin gibt. So, aber Messer werden auch interessant. Schaut mal. Gehe. Ziemlich stumpfe Messer. Die sind wirklich sehr stumpf. Alles klar. Können wir sie nehmen? Die sind an der Wand festgeklebt. Nein. Blut. Igitt. Okay, da können wir jetzt nichts mehr machen. Wasserhahn. Gucken wir uns erstmal an. Faszinierend. Können wir ihn öffnen? Okay, also Wasser haben wir auch schon mal. Das ist gut. Vielleicht können wir auch eine Überschwemmung machen. Das sehen wir dann mal. Und das sieht ja hier sehr grausam aus. Da tropft schon das Blut aus dem Kühlschrank. Wir öffnen den. Okay. Eine zerbrochene Ketchupflasche ist dort. Was für... Sehr geil. Es ist kein Blut, Leute. Sehr schön. So. Können wir sogar nehmen. Oh, wie gut. Ein Salatkopf. Ziemlich schmutzig. Können wir auch nehmen. Perfekt. Eine Pepsi-Dose. 0,33 Liter. Oh Mann, Gott. Können wir das jetzt alles einsammeln? Das wird ja schon unübersichtlich hier. Ziemlich ranziger Käse. Nehmen wir auch. Ich glaube... Oh, schaut mal. Alte Batterien. Die wurden... Die werden nicht lange halten. Aber wir können sie nehmen. Und dann können wir doch gleich mal die erste Kombi machen. Nämlich... Benutze Batterien mit... Taschenlampe. Yes, Strike. Okay, gut. Wir haben insofern jetzt eine funktionsfähige Taschenlampe. Das ist schon mal sehr wichtig. Gut. Ich gucke ab und zu mal ein bisschen länger auf den Chat. Nein! Hm, bin ich hungrig. Verdammt, er geht in die Küche, oder? Können wir hier rausgehen? Nein, 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 nein. Wo kommt er denn eigentlich her? Sag mal. Hier ist die... Okay. Ich glaube, wir haben uns kurz gerettet. Hoffe ich zumindest. Das ist ja stressig. Die haben... Die haben... Stimmt, die haben... Das habe ich gelesen. Die haben ja eine eigene Agenda gewissermaßen. und machen ab und zu Dinge. Man wird dann kurz darüber informiert und muss dann dort verschwinden. Dummdi-Dumm, Dummdi-Dumm. Oh nein, er will was essen und... Oh Gott! Wo ist der Käse? Was haben wir getan, Leute? Wir haben sein Essen geklaut. Kann man die Tür auch zumachen? Ja. Wahrscheinlich sollte man echt mitdenken. Man unterschätzt diese alten Spiele. So. Schauen wir uns erstmal hier die Schranktür an. Faszinierend. Wir öffnen sie. Und ein Kassettenspieler ist dort. Nett. Scheint aber nur Kassetten abzuspielen. Ach. Benutzen wir mal. Da ist keine Kassette drin. Okay, alles klar. Ein altmodisches Radio ist auch am Start. Bestimmt schon sehr alt. Können wir das auch benutzen? Das macht keinen Sinn. Ach, das macht keinen Sinn? Na ja, gut. So, Fenster. Dunkel ist es draußen. Ich bin gespannt, wann wir den mal die anderen nachholen. Im Moment gibt es noch keinen Ansatz. So, Couch. Gemütlich. Okay. Kronleuchter. Oh, warte mal. Hier hängen Schlüsselleute. Den kann man auch... Er kommt nicht ran. Kronleuchter. Sieht teuer aus. Können wir da irgendwas abschrauben? Gut, also erste Aufgabe. Dieser Schlüssel, da müssen wir irgendwie rankommen. Ich schätze mal, wir brauchen jetzt nicht hier alles ausprobieren. Irgendwie die Pepsi-Dose da hochzuwerfen oder so. Wir machen es mal spaßend halber. Versuchen wir das mal mit der Pepsi-Dose runterzuwerfen. Das macht keinen Sinn, sagt er. Das kann ich nachvollziehen. So. Dunkel ist es draußen. Was haben wir hier? Ein schönes Bild. Das ist Schloss Brunwald. Okay. Können wir das irgendwie nehmen? Kannst du nicht... Kannst du das irgendwie ziehen? Vielleicht dahinter in Geheim? Nicht bewegbar. Okay. So, hier ist noch eine Tür. Elektrogramm kann Bernhard besser, ja. Aber die Frage ist, ob... Das können wir eigentlich gleich mal testen. Wisst ihr was? Das testen wir mal. Wir wechseln mal zu Bernhard. Und gehen mal mit ihm los. Ich hoffe... Nee, er ist ja abgehauen aus der Küche. Das heißt, er kann uns jetzt eigentlich nicht begegnen. Wir haben das... Die eine Tür da hinten, die haben wir auch... Die haben wir auch noch nicht richtig... Und der sucht dort von der Küche aus. Da müssen wir auch nochmal hin. Schließen wir erstmal die Tür. Und gucken mal... Warte mal, ist hier unten irgendwas? Nee. Nee. Da sagt er gar nichts. Nimm Kronleuchter. Das kann er nicht nehmen. Benutze. Naja, alles klar. Gut. Wechseln wir weiter zu Dave. So, hier ist irgendwie eine Tür. Oh yeah. Hier ist eine Lampe. Oh, sehr gut. Wir sind in der Bibliothek. Man muss sich so fast jetzt schon... Hier kann man sich ja verirren, Leute. Ein bisschen die Zimmeraufteilung merken. Ähm, das ist noch interessant. Der Vorschlag in Most mit Benutzen auf das Sofa steigen. Das ist eine coole Idee. Das können wir mal ausprobieren. Benutze Couch. Nee. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Nee. Schade. Gut, wir brauchen irgendwas Langes, um diesen Schlüssel da zu kriegen. Das ist schon mal klar. Okay, wir checken jetzt mal hier alles ab. Das Bücherregal. Hier muss man jeden ein... Jedes... Ah, das ist die Treppe. Erfahrungsgemäß sollte man jeden Pixel scannen. Aber hier scheint nichts zu sein. Lampe, 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 Lampe. Wir fahren einmal komplett rüber. Finden aber nichts. Hier unten ist auch nichts. Und sehen hier ein Schild. Treppe zur Zeit außer Betrieb. Was soll das denn mit heißen? Können wir das nehmen? Kann er nicht. Gut, wir gucken hier weiter. Wir gehen erstmal hier ein bisschen weiter rüber, damit es effektiv ist. Gucken wir mal weiter hier die Bücher uns an. Chuck, die Pflanze! Die spielt doch auch noch später eine Rolle, oder? Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Oh yeah. Können wir die nehmen? Warum gehst du da in die Mitte? Man kann sie aber nicht nehmen. Ist das nicht irgendwie so eine fleischfressende Pflanze oder sowas? Irgendwie. Wir können mal spaßenshalber Chuck die Pflanze füttern. Warum geht denn der da in die Mitte? Weiß man nicht. So, das ist die Treppe. Ah, schaut mal. Hier ist eine lose Platte. Sehr gut. Scheint locker zu sein. Ja, dann nimm sie doch mal ab. Ja, hervorragend. Wir haben eine Kassette gefunden, Leute. Faszinierend. Die nehmen wir. Okay. Können wir sie nochmal wieder schließen? Sicherheitshalber? Ja, sehr gut. Gut. Dann haben wir ein Telefon hier. Das könnte auch noch interessant sein. Und ein Stuhl. Ein Sessel ist das eigentlich, ne? Was passiert, wenn ich benutze, mache? Macht keinen Sinn. Telefon ist kaputt. Können wir es nehmen? Kann er nicht. Gut, schauen wir uns kurz nochmal an. Von Staub bedeckt. Hat lange keiner benutzt. Okay, Leute. Wir haben erstmal was gefunden, nämlich eine Kassette. Und die wollen wir uns jetzt anhören. Das Schloss Brunwald ist aus dem Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ah, cool. Haselnuss Praline, das hast du geschrieben mit der Kassette, bevor ich es gemacht habe. Das ist ein Spoiler. Genau, also bitte nochmal, bitte nochmal die Ansage. Wenn ihr etwas wisst, wenn ihr das Spiel kennt, nicht spoilern. Bitte, 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 bitte nicht spoilern. Erst, wenn wir irgendwie gar nicht mehr weiterkommen und ich das ausdrücklich sage, dann sind Hinweise erwünscht. Aber dann auch nur für einen konkreten Fall oder so. So, jetzt hören wir uns die Kassette an. So, benutze Kassette mit Kassettenspieler. Okay. Jetzt müssen wir das Ding wahrscheinlich noch benutzen. Wie ist es leer? Es ist leer. Ich habe doch die Kassette reingetan. Was hat es damit auf sich, Leute? Faszinierend. Hm. Scheint aber nur Kassetten abzuspielen. Ja, klar. Und warum kannst du nichts hören? Benutze Radio. Vielleicht drücke Kassettenspieler. Kann man dich bewegen. Hm. Öffne Kassettenspieler. Kann ich die Kassette wieder rausnehmen? Ja, kann ich. Das ist merkwürdig, Leute. Das ist merkwürdig. Benutze Kassette mit Kassettenspieler. Das klappt definitiv. Sie liegt drin. Es ist leer. Die Kassette ist leer. Das scheint er zu meinen, oder? Die Kassette ist einfach leer. Sie wird doch noch gespielt. Ach so. Schaut mal. Die Lichter blinken. Das heißt, sie läuft gerade ab. Das heißt, ich muss sie hier wieder ausschalten, dann kann ich sie hier rausnehmen. Vielleicht kommt noch was. Vielleicht muss man warten oder so. Aber er hat schon gesagt, dass sie leer ist, ne? Bernhard ist da zu verdammt, das Sofa anzustarren. Ja. Er sucht das Sinn des Sofas. Okay. Gut. Ja, ich würde mal sagen, dann schalten wir das Ding wieder aus. Und nehmen die Kassette erstmal wieder. Vielleicht hat das noch andere Bedeutung. So, jetzt ist die Frage. Steigen wir hier? Ach, wisst ihr was? Auch wenn die Treppe außer Betrieb ist, wir nutzen sie einfach mal. Mal gucken, was passiert. Benutze Treppe. Gehe zur Treppe. Hier scheint man nicht... Er hält sich daran, was auf dem Schild steht. Kann das sein? Benutze Treppe. Macht keinen Sinn. Gehe zur Treppe. Sieht gefährlich aus. Ah, okay. Das ist der Grund, warum er das nicht nutzt. Er will nicht. Hm. Na gut. Dann müssen wir das erstmal sein lassen. Ja, vielleicht kann ich Geräusche aufnehmen. Das könnte noch interessant sein, ja. Dass man vielleicht irgendwelche Tresorgeräusche, klick, klack oder sowas aufnehmen kann. Das weiß doch keiner mehr, was ein Rohling ist. Das stimmt auch. Okay, Leute. Insofern bestärkt mich das vielleicht, dass hier hinter doch ein Tresor ist. Man weiß es nicht. So, wir kommen immer noch nicht an die Kassette ran. Können wir... Warte mal. Wir versuchen mal zu reden mit Bernhard. Dieser Kronleuchter sieht sehr zerbrechlich aus. Ey, wir reden kontextabhängig. Das ist ja krass. Ja, das tut er. Und jetzt? Hm, der Kronleuchter ist noch von Bedeutung. Kann man auch irgendwie so Trittleiter machen? Irgendwie benutze Bernhard? Nee, das geht nicht. Benutze Couch. Nee. Okay, Leute. Wir gehen erstmal wieder raus. Und gehen nochmal zurück. Wir lassen Bernhard mal da stehen. Wir versuchen mal hier diese Kobolde zu drehen oder sowas. Ähm, ziehe. Drücke. Ei, 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 ei. Geil. Au, okay. Alles klar. Da brauchen wir Bernhard. Bernhard, komm. Du bist der Technik-Freak. Sehr gut. So, jetzt ist die Frage. Können wir... Wie machen wir das jetzt? Nee, drücke. Jawohl. Okay. Hier ist es mega dunkel. Kern... Was? Kernreaktor? Kamin? Können wir die Taschenlampe benutzen oder geht da die Batterie aus? Ich... Egal. Ich benutze die jetzt einfach mal. Geil. Ey, wir sind im Keller. Da ist der Lichtschalter. Okay, Taschenlampe aus. Wie cool. Okay, Leute, ich speichere mal. Beim Kernreaktor sollte man vorsichtig sein. Gut. Kurz mal zurücklehnen, zum Chat gucken. So, Raser kann den Kronläußer vielleicht mit ihrer Stimme zerspringen lassen. Das ist vielleicht auch noch eine Idee. Wenn die reden, geben sie wohl immer Lösungshilfen für die Situation. Ah. Okay. Kiffen nicht vergessen. Ach so, Bernhard. Ja, das könnte ein bisschen gefährlich werden. Das Problem ist... Ach, die Tür ist ja zu. Wisst ihr was? Wir gehen... Wir probieren das mal aus. Wir probieren das mal aus. Wir schließen mal die Tür und wir bringen... Komm, jetzt kommt Raser ins Spiel. Wenn sie... Ich schieße... Der Gedanke ist sehr skurril, aber wer weiß. Vielleicht geht's ja. 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 Ah, okay. Sie kann die Tür nicht schließen. Vielleicht sollten wir die Tür auch schließen. Obwohl, er hat sie ja selber aufgelassen. So, Raser. Sie kommen mir auch ein bisschen größer vor, oder? Was sagt sie denn, wenn ich schaue, Kronleuchter mache? Sieht teuer aus. Ähm. Naja, nee. Warte mal. Bernhard, komm mal hier rüber. Rede mal mit Raser. Okay. Er sagt dasselbe. Gut, da gibt's nichts Neues. Ja, ich glaube, das ist zu skurril gedacht. Wir sind erstmal unten hier. Bleiben wir mal beim Kernreaktor. Ob man die Batterien am Kernreaktor laden kann? Das ist eine interessante Idee. Wir gucken uns den erstmal genau an. So. Made in Tschernobyl. Nein. Oh, wie gemein. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Kamin. Den wir sicher öffnen können. Der ist zu heiß. Okay. Hier haben wir Hitze. Haben wir irgendwas, um unsere Hände abzudecken? Nee. Das ist nix. Hier auch nicht. Hier ist erstmal nicht zu sehen. Was haben wir hier? Nur Rohre. Und hier unten ist... Uh, wir sind durch den Schleim gelaufen. Halt! Man kann auch dahinter. Okay. Und da haben wir mal wieder einen Schlüssel. Einen Silberschlüssel. Den wir natürlich nehmen. sehr gut. Wir haben den nächsten Schlüssel. Hervorragend. So. Radioaktiver Schleim befindet sich hier. Ekelhaft. Können wir den einfach so einstecken? Wie geht das? Fasse ich nicht an. Ja. Wahrscheinlich besser so. Irgendwie eine Kombination würde mir jetzt auch nicht. Ich muss mich erstmal eindeuchten. Pepsi-Dose. Sicherungskasten. Das ist schon mal interessant. Öffnen wir den mal. Okay. Wir haben den Hauptschalter. Oha. Ich speichere nochmal. Ich überschreibe das. Geht hoffentlich, oder? Hat er es überschrieben? Wisst ihr was? Ich benutze jetzt mal den Hauptschalter. Mal gucken, was passiert. Mega der Alarm jetzt. Vermutlich kommt er jetzt runtergelaufen. Das hätte ich wahrscheinlich jetzt nochmal abwarten sollen, ne? Aber wir haben keine Zwischensequenz gesehen. Hm. Interessant. Das könnte, oder es wird sicher nochmal wichtig werden. Alles klar. Die Dose vorhin nach Schlüssel oder Leuchter geschmissen. Immos. Ich habe die Dose nach dem Schlüssel geschmissen. Den Salat in den Schleim. Käse isoliert? Ja, bestimmt, ne? Aber wir kombinieren mal ein bisschen. Wir probieren mal ein bisschen. Salat an Schleim. Grün zu grün. Das muss doch hinhauen, ne? Das macht keinen Sinn. Aber das Schmeißen ist... Das könnte noch interessant sein. Das Schmeißen der Dose an den Leuchter. Das ist mit Sicherheit ein Hinweis. Kann man den Käse vielleicht schmelzen? Aber wozu auch, ne? Ist auch sinnlos. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Hauptschalter. Die Tür ist abgeschlossen. Wir haben diverse... Ne, wir haben zwei Schlüssel. Benutzen wir mal den Schlüssel. Okay, der geht dort nicht. Auch nicht. Gut. Das heißt, wir haben eine abgeschlossene Tür. Schon mal hier unten. Wir haben Schleim. Wir haben einen heißen Kamin. Und alles andere ist hier erstmal nicht relevant. Gut, Leute. Dann gehe ich jetzt wieder hoch. Kann ich eigentlich jetzt... Ich glaube, ich komme nicht raus, ne? Bernhard muss... Doch, rauskommt man. Ah, sehr cool. Wisst ihr was? Dann probiere ich jetzt nochmal die Geschichte mit dem Werfen nach dem Thronleuchter. Der Ort scheint ja hier erstmal einigermaßen sicher zu sein. Benutze Pepsidose mit Kohleuchter. Hä? Keine Reaktion? Ja, manchmal rutscht man ab, ne? Macht keinen Sinn. Ja, dann wird auch Kohlkopfwerfen keinen Sinn machen. Zerbrochene Ketchupflasche. Wir können es doch mal probieren, aber... Ne. Okay. Gut. Pepsi trinken und Schleim aufsammeln. Das ist nochmal eine gute Idee. Wir benutzen einfach mal die Pepsidose mit ihm selbst. Geht nicht. Mit Fenster. Kann ich einfach essen oder sowas? Ne. Öffne Pepsidose. Ich glaube nicht, dass der es öffnen kann. Benutze Pepsidose mit... Er kann sich nicht selbst auswählen. Bernhard. Ging nicht. Geht nicht. Man kann die offenbar nicht selber trinken. Gut. Okay. Ob ich die leere Kassette bespielen kann und so den Leuchter zerstören kann? Dann könnte sie aber auch gleich den... Ach so. Mit wo... Ja, stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Das ist ein guter Hinweis, dass wir woanders irgendwie so einen krassen Sound aufnehmen. Aber dazu müsste es woanders auch noch einen Kassettenspieler geben. Ich meine, wenn sie so singen könnte... Wir gehen mal mit ihr darüber. Okay. Das ist allgemein der Hinweis auf den Kroneuchter. Also damit muss irgendwas geschehen. Was ist eigentlich, wenn ich... Man kann doch auch Gegenstände tauschen. Ich gebe mal die Kassette an Razor. Geht nicht? Doch, geht doch. Razor hat die Kassette. Ich versuche das Ding mit der Kassette nochmal hier. Benutze Kassette mit Kassettenspieler. Und jetzt... Ja, sie sagt auch dasselbe. Es ist leer. Sie singt auch nicht oder so. Rede mit Kassettenspieler. Das geht aber nicht. Gut. Ich würde mal sagen, wir behalten erstmal alle Sachen an einem Ort. Das ist erstmal übersichtlicher. Möglicherweise müssen wir dann später noch tauschen. Okay. Wir gehen zurück in die Küche, würde ich sagen. Da gab es noch ein Zimmerlein. Das wir untersuchen. Hinten raus. Eine Schublade. Das war ein Kamin, glaube ich, an der Maschine. So. Okay. Wir haben hier eine lange Tafel. Ich habe jetzt gerade schon wieder Spoiler-Wissen gelesen. Das beeinflusst mich jetzt natürlich maximal, weil ich es gelesen habe. Insofern kann ich das jetzt auch nicht mehr ignorieren. Leute, ich sage es nochmal. Bitte nicht spoilern. Außer, ihr wisst es. Ihr ratet selber. Das ist natürlich eine Sache, die ich nicht checken kann. Aber ich werde es nachher gleich mal probieren. So. Wir haben einen Stuhl. Den er faszinierend findet. Eine Kerze. Viel zu schwer. Die Kerze ist viel zu schwer. Okay. Ei, ei, ei. Das ist nix. Das ist ein alter Truthahn. Würde mich nicht wundern, wenn das vom letzten Thanksgiving übrig geblieben ist. Können wir nehmen. Ein verrotteter Braten. Ii. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meinte, sonst ist es ja immer sinnvoll, alles einzustecken, was geht. Möglicherweise hat das hier konsequenten. Ich weiß es nicht. Ich nehme das erst mal alles mit. So, wir haben hier die Kerze. Vielleicht, die wird er nicht mitnehmen, ne? Auch nicht mitnehmen. Ja, zu schwer. Was liegt denn hier? Ein Soßenfleck. Kann man den nehmen? Ich bin doch nicht das Hausmädchen. In der Tat. Kann man das kombinieren? Ist es sinnvoll, es zu kombinieren? Das ist die nächste Frage. So, hier haben wir eine riesen Tafel und zwei Stühle auf beiden Seiten. Und eine weitere Tür. Können wir den Stuhl benutzen? Nee. Okay. Gehen wir erst mal weiter. Goethe geschreibt, Vorsicht, wenn du mit dem rumläufst, der alles Zeug hat. Wenn der gefangen wird und ein essentielles Item hat, das man braucht, um die anderen zu befreien. Okay. Hm. Das ist natürlich ein interessanter Hinweis. Also, das ist der Hinweis, den würde ich jetzt mal nicht als Spoiler abstempeln. Das ist ein guter Hinweis. Vielleicht machen wir folgendes. Wir schicken mal ihn doch in einen sicheren Raum. Im Moment erscheint mir dieses Zimmer mit dem Kronleuchter sicher. Bloß, ich meinte, die nächsten werden ja auch irgendwas bekommen. Ach, Leute. Wir speichern einfach regelmäßig. Wir wollen nicht gefangen werden. Ist mir zu kompliziert jetzt immer zu tauschen und was weiß ich. Müssen wir irgendwann sicher machen. Ich mache nochmal einen Zwischenspeicher. Man sollte auch verschiedene Speicherstände haben, glaube ich. Okay. Uh. Uh. Das sieht interessant aus, Leute. Was haben wir denn hier? Noch eine Tür. Fruchtsäfte. Gibt es in Wein, bei Orangen und Limonen Geschmack. Und ein Glas. Sowas kann man immer gebrauchen. Das nehmen wir natürlich. Können wir das auch mitnehmen? Ich weiß nicht, ob das klug ist, alles einzusammeln. Tatsächlich. Der kann das alles mitnehmen, ey, Leute. Das macht einen ja fertig. So ein volles Inventar ist immer schlecht. Konservendosen. Gott weiß, wie alt die sind. Egal. Nehmen wir trotzdem mit. Wir plündern hier alles aus. Tentakel-Futter. Ich mag die TV-Spots. Das könnte wichtig werden. Jawohl. Und Flasche mit Entwickler. Nein! Das habe ich getan. Gitter. Ist am Boden festgeschweißt. Und jetzt ist uns was runtergefallen. Jetzt wird uns das angezeigt. Das war ja fies, ne? Okay. Gitter, Gitter, Gitter. Das können wir dann auch vermutlich nicht drücken. Ne. Aber es werden mir auch keine Scherben angezeigt. Insofern. Okay. Wir haben aber hier noch das leere Regal. Vielleicht können wir das irgendwie beiseite drücken. Kann man nicht bewegen. Ziehen. Kann man auch nicht bewegen. Benutzen. Okay. So. Das wäre es. Jetzt haben wir hier noch eine Tür, die wir uns erstmal anschauen. Abgeschlossen. Okay. Wir haben zwei Schlüssel, die wir natürlich wieder austesten. Benutze Schlüssel mit Tür. Benutze Silberschlüssel mit Tür. Jawohl. Wir haben es. Okay. Alle 10 bis 15 Minuten neuen Speicherstand anlegen macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Das werde ich auch tun. Rede mit. So ist ein Fleck. Nicht schlecht. Das kaputte Gemälde habe ich ignoriert. Ich bin da rüber gefahren. Ich habe es nicht ignoriert. Da ist nichts, Leute. Nicht ignoriert. Ich habe es nur nicht erwähnt. Das heißt immer nichts. So. Okay. Als du geklingelt hast, hat der Sohn etwas gesagt. Das ist jetzt ein Tipp. Es gibt sehr wenig Wege durch bestimmte Türen. Manchmal genau einen. Man könnte die Spielstände nach der Uhrzeit benennen. Das ist ein guter Hinweis, ja. Den radioaktiven Schleim in das Glas tun. Das könnte noch sinnvoll sein. Ich soll mal gucken, ob sich die Uhrzeit bei der Tür geändert hat. Das ist auch eine gute Idee. Aber das gucken wir das nächste Mal. Wir gehen jetzt erst mal hier durch. Oh, wir sind draußen, Leute. Da ist noch ein Tor. Faszinierend. Swimmingpool. Da ist radioaktives Wasser im Pool. Wieso siehst du das denn bitte? Ne, ich will nicht reden. Ich will mal das Glas benutzen. Ey, geil. Wir haben radioaktives Wasser. In dem Glas ist radioaktives Wasser. Das könnte also noch interessant sein. Sehr gut. Wir haben eine Leiter. Faszinierend. Können wir da reingehen? Benutze Leiter. Das macht keinen Sinn. Nimm Leiter macht vermutlich auch keinen Sinn. Radio. Und ein Poolstuhl. Faszinierend. Faszinierend. Kommen wir da ran. Von unten. Ah, er kommt nicht ran. Das zweite Ding, wo wir nicht rankommen. Hilft uns da irgendwas? Die Kettensäge, die können wir ja vergessen. Ich würde ja jetzt hier sowas reinschmeißen und damit durch den Wellengang das nach hinten schubsen. Ich probiere mal einfach mal den verrotteten Braten reinzuwerfen. Das ignoriert er schon völlig. Das geht nicht. Gut. Da ist ein alter Baum. Da könnte man vielleicht irgendwie ein Seil runterhängen lassen. Interessant. Oh Gott, Leute. Der Spiel hat so viele Möglichkeiten. Das ist ja der Hammer. Die guten alten Avengers. So, gehe zu Tor. Und kann man sich das angucken? Was ist denn dahinter? Oha, wo sind wir jetzt hier? Sieht aus wie eine krasse Garage. Die Scherben mit dem radioaktiven Schleim wegbekommen. Kann man das Wasser ablassen wie in der Badewanne? Tja, gute Frage. Vielleicht kann man den Swimmingpool mit dem Glas Stück für Stück leer machen. Ähm, okay. Gut. Wir haben die Garagentür, die wir nicht aufkriegen. Drücke. Ziehe. Wir haben, glaube ich, auch nichts, was uns da helfen könnte, um die aufzumachen. Schlüssel wird hier nichts nützen. Gut, damit sind wir hier. Erstmal stecken wir hier, ne? Also hier geht es nichts weiter. Und hier gibt es auch, glaube ich, keine weiteren Hinweise. Äh, vielleicht das Wasser mit dem Hauptschalter ablassen? Hm. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht. Warum sollte das Wasser... Das ist unlogisch. Ehrlich gesagt ist das unlogisch. Weil das Wasser... Dass das Wasser da steht, hängt ja nicht mit dem Strom zusammen. Wenn man Strom ausschaltet, fließt ja nicht das Wasser aus dem Swimmingpool. Das erscheint mir nicht sinnvoll. Okay, Leute. Wir gehen hier zurück. Wir probieren mal. Benutze... Ich probiere mal den Vorschlag. Wasser mit Gitter. Aber diese Splitter sind ja eh kein Thema. Insofern... Das Gitter, das ist noch was anderes. Wir brauchen eine Brechstange. Das braucht man immer in jedem Erfünscher. Mit drei Leuten auf einmal die Tür öffnen. Das ist... Hm. Das ist... Bloß, wie macht man das technisch? Ich meine, wir können es mal ausprobieren. Halt, erst mal folge ich dem Spoiler-Hinweis. Und öffne mal das Radio. Ja, tatsächlich. Okay, Leute. Wir können damit offenbar Aufnahmen machen. Oder? Radio-Röhre? Bestimmt schon sehr alt. Was passiert, wenn ich jetzt benutze Radio-Röhre? Besser nicht. Nimm Radio-Röhre. Oh Gott. Daddy verhält sich sehr komisch. Seit dem Geheimprojekt im Labor. Ja, und? Nun, Mami. Ich mache mir Sorgen um ihn. Er war seit fünf Jahren nicht beim Essen. Ja, und? Und er bringt diese Leichen. Tief in der Nacht nach unten in den Keller. Worauf willst du hinaus, Ed? Ich bin eine beschäftigte Frau. Oh, dieses Herzchenkissen. Ach, vergiss es. Okay. Vielleicht kühlt das Pool-Wasser den Reaktor. Ähm. Vielleicht kühlt das Pool-Wasser den Reaktor. Wenn er jetzt hochgeht. Gut. Wir gucken uns erstmal hier nochmal die... Was ist hier benutze Radio-Röhre? Ging doch irgendwie nicht, ne? So, dann können wir die nehmen. Okay. Er hat jetzt die Radio-Röhre. Aber was macht man mit einer Radio-Röhre? Eine Universal-Röhre. Ja. Hm. Ich rede nochmal mit ihr. Okay. Okay, das funktioniert auch nicht. Gut. Dann gehen wir mal zurück hierher und probieren wir ein bisschen was aus. Wir sind ja hier rübergekommen. Wir benutzen jetzt so ein paar Sachen, so ein bisschen quatschigerweise, ne? Wir benutzen mal das Wasser, um den Fleck wegzumachen. Was ist das hier? Das ist nichts. Okay. Hier. Wir könnten ja hier auch richtiges Wasser holen, übrigens. Fällt mir gerade ein. Wir könnten ja die Wasserhahn öffnen. Wir könnten, was passiert, naja, ich will jetzt nicht ausprobieren, was passiert, wenn man jetzt den alten Beraten in die Mikrowelle tut. Das ist auch Schwachsinn. Glas in die Mikrowelle. Ich will einfach nicht so sinnlos jetzt einfach Dinge tun, sondern erstmal hier schauen, dass wir das Nötige tun, was irgendwie, was wir eigentlich tun wollen. Also wir sind jetzt, wir waren jetzt noch nicht oben. Das ist jetzt der einzige Ort. Die Türen unten haben wir weitestgehend gecheckt. Ich könnte nochmal den Hauptschalter ausmachen. Das können aber auch die beiden. Ah, verdammt. Ich hätte da mal stehen bleiben sollen. Wir prüfen das nochmal, eure These mit dem Wasser und dem Pool. Kommen mir persönlich zwar komisch vor, aber egal. Wir müssen leider jetzt hier nochmal den ganzen Weg. Ich muss mich daran gewöhnen, dass wir das mit den anderen Leuten begleitend auch machen können. So, jetzt gehen wir raus. Okay. Ich speichere mal wieder. Um das mit der Uhrzeit zu machen. Ja, gut. 21. 57. So, drücke bitte hier. Ach so, sie hat ja das Wasser nicht. Aber sie kann den, ach nee, die kann aber den Schalter machen. Das können wir erst mal ausprobieren. Die Schalternummer. So, hier ist nichts verändert. Ich gehe mal raus, ob die Garagentür jetzt irgendwie funktioniert. Nee. Wäre auch Quatsch. Ob die das irgendwann merken? Ich weiß nicht, was ist das für was ist eigentlich dieser Hauptschalter? Nur für unten? Das können wir auch mal testen. Ist oben noch Licht? Nee, ist komplett dunkel. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Wollen wir sie hier unten stehen lassen? Ja, komm, wir lassen sie hier unten stehen. Wer weiß, können wir auch ein bisschen kombinieren. Du gehst erst mal hier wieder rein und schließt die Tür. So, jetzt kurz mal Pause machen. Ein bisschen nachdenken. Habt ihr noch irgendwas, was wir unten machen sollten? Sonst würde ich es mal wagen, nach oben zu gehen. Wenn der Pool quasi das Kühlwasser des Reaktors ist, könnte der Hauptschalter... Ach ja, genau, das hatten wir schon. Kein zweites Tschernobyl, bitte. Vielleicht kühlt der Reaktor ab. Stimmt. Die Uhr, genau, die Uhr wollten wir uns nochmal angucken. Und die Sache mit dem Reaktor ist schon auch interessant. Vielleicht kann man ausschalten. Aber wieso sollte der abkühlen, wenn man den Hauptschalter macht? Gut, weil er ausgeht. Das könnte schon sein, ne? Das könnte schon sein. Wir können es mal probieren. Ein bisschen sehen wir. Jetzt gehst du hinten lang. Ey, kannst du mal hier vorne lang gehen? So, wir haben Kamin. Öffne. Immer noch zu heiß. Man könnte natürlich versuchen, jetzt mit Wasser den abzukühlen. Ich mache jetzt mal den Hauptschalter wieder an. Okay. Beim Baum ein Ast abbrechen. Da habe ich schon mit Benutzer und sowas probiert. Ja, wilde Heide. Ich glaube, der Alarm ist nicht zum Spaß. Das glaube ich auch. Genau, reale Überhitzen. So, ich schenke mir mal nach hier. Die Uhr wollen wir uns noch angucken. Also, so funktionieren keine Spaltereaktoren nicht. Ne, ich vermute auch. Aber manchmal, na, aber in der Regel sind ja diese Sachen schon sehr, sehr logisch. Das Problem ist, es gibt hier kein Ast. Es gibt nur den alten Baum. Und jetzt könnte man natürlich jetzt die Kettensäge benutzen. Aber das wissen wir ja, geht nicht. Ähm, Benutzerbaum habe ich, glaube ich, schon probiert. Nimmbaum, da kann man leider jetzt... Ein Ast wäre echt genial. Aber wir haben nichts zum Abbrechen. So, wie es aussieht. Gut. Von der anderen Seite an den Baum ran. Da kommt man nicht weiter. Okay, ich würde mal sagen, wir bleiben einfach mal hier. Wir gehen jetzt mit Razer mal nach oben. Also im Moment bin ich hier erstmal relativ ratlos. Eigentlich, also was ist eigentlich jetzt... Wir haben irgendwie ein oder zwei Türen, wo wir keinen Schlüssel haben. Und wir wissen, da hängt ein Schlüssel an der Hand. Das ist der einzige, jetzt mal echte, logische Hinweis oder eine logische Sache, die wir jetzt eigentlich machen müssten. Wir brauchen irgendwas, um den Schlüssel da runter zu bekommen. Und es könnte irgendwas mit dem Kristallleuchter zu tun haben. So. Das ist jetzt... Alles andere ist eigentlich nur Spielerei. Habe ich hier eigentlich schon gedrückt? Nimm das. Sehr schön. Gut, dann gehen wir nach oben. Es könnte sein, dass das gefährlich wird. Benutze Steinwallen mit Whisky. Sehr schön. Ist das mit dem radioaktiven Wasser lediglich ein blödes Wortspiel, weil darauf ein Radio schwimmt? Ja, genial. Das könnte natürlich auch sein. Dosis Schlüssel haben wir schon probiert. Das Pendel aus der Uhr ausbauen. Hm, das könnte... Ja, natürlich, die Uhr könnte man noch öffnen. Habe ich das schon probiert? Will sie nicht. Ja, aber heißt das jetzt, will sie nicht oder kann sie nicht? Will Bernhard das? Sie will nicht. Wir testen mal. Vielleicht will Bernhard... Das ist jetzt mal ein Test, so allgemein, wie das Spiel so funktioniert. Ob da das Gleiche steht, dann kann man sich das ausrechnen, dass das immer so ist. Oh, er sagt was anderes. Okay. Das Pendel wäre echt gut. Scheint nicht auf zu... Warum geht denn alles nicht auf? Das ist doch so nervig. Gut. Vielleicht können wir irgendwie dieses Glas einschmeißen. Einen Schlüssel bei der Uhr benutzen könnte man auch probieren. Da ist ein Schlitz an der Uhr? Okay. Da ist ein Schlitz, tatsächlich. Aber... Benutze ich mal die Pepsi-Dose? Will er nicht. Die Ketchup-Flasche? Will er nicht. Der Rest ist, glaube ich, Schwachsinn. Was sagst du denn, wenn ich jetzt öffne sage? Nee, sagt er nicht. Okay, also, aber es ist interessant, dass Bernhard was anderes gesagt hat. Also, Bernhard wäre in der Lage vielleicht. So, wir hauen mal alle ab. Ich will mit Razor hochgehen. Bernhard verschwindet auch mal. Uhrzeit bleibt gleich. Schlüssel für Pendel. Ja, das hat mich, glaube ich, gerade ausprobiert, ne? Pendel wird nicht extra angezeigt. Die beiden Schlüssel habe ich getestet. Gut. Kassette in den Schlitz. Äh, nee. Ich glaube, das ist jetzt Schwachsinn. Komm, wir gehen mit Razor hoch. So, ich hoffe, wir werden nicht gleich geschnappt. Oh. Bild von Edna. Echt geil. Kann man das schieben? Nimm das. Sie sagt immer, nimm das. Sehr cool. Bild von Dr. Fred. Echt geil. Ich schiebe das auch nochmal, sicherheitshalber. Ziehe. Drücke. Nee. Gut, gehen wir erstmal hier weiter. Wandlampe. Passiert nichts. Kannen sie nicht nehmen. Tür. Dieser Raum ist auf. Ach, schaut mal. Hier ist ein Zahlenschloss, oder was ist das? Da könnte man reingehen. Da sind auch Türen. Ich fürchte aber, die sind irgendwie oben alle, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich speichere mal. Ich speichere mal wieder. Und gehen wir mal rein. Warum geht der Alarm, wenn der Strom aus ist? Das bedeutet, es gibt einen zweiten Stromschalter. Ja, sehr gut. Im Originalspiel gab es nun eine Passwortabfrage für die Sicherheitsdur mit einem braunen Heft. Ah, cool. Deshalb ist das auf. Ah, danke 79 Voller. Das sind geile Hinweise. Fuchsel schreibt das auch. Sehr, sehr, sehr cool. Zieht man nicht klassischerweise an Wandlampen, um Türen zu öffnen? Das könnte man auch nochmal ausprobieren. Guter Hinweis. Ziehe Wandlampe. Ne, sie sagt immer, nimm das. Aber wir sind jetzt erstmal... Da passiert nichts. Okay. Ja, den Baum umsägen, Bone Crusher. Wenn die Kettensäge Benzin hätte. So, wir gehen rein. Oh, was ist das hier, Leute? Eine abgefahrene Statue. Plakette. Sie truf en voyer le au louvre postpellier. Wenn sie das truf, wenn sie das finden... Hm. Mein Französisches ist schlecht. Ich kann das nicht mehr übersetzen. Pay heißt bezahlen? Ich weiß nicht. Scheint die Statue aus dem Louvre geklaut zu haben. Hm. Vielleicht ist irgendwo eine Plakette. Ja, toll. Können wir die nehmen, die Plakette? Also, wenn jemand Französisch beherrscht, soll er sich melden. Wenn den gefunden... Ach ja, finden heißt es. An den Trufe schicken. Alles klar. Porto bezahlt. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Chat. Wenn das meine Französisch lehren würde, das ist schon peinlich. So. Hier ist nichts Neues. Zwei Türen und es geht nochmal hoch. Krass. Hier können wir jederzeit auf die stoßen. Also, wir müssen gefasst sein. Aber ansonsten sehe ich hier irgendwie nichts Relevantes. Öffnen wir mal die Tür und gehen hinein. Und es ist dunkel, Leute. Aber hier muss doch irgendwo ein Lichtschalter sein. Wir haben jetzt blöderweise nicht die Taschenlampe dabei. Und ich finde so den Lichtschalter nicht. Ich fürchte, wir müssen... Warte mal. Warte mal, hier war es. Tischlampe. Yeah, Strike. Okay. Aber wie geil, dass das so halb dunkel ist. Das ist richtig gut gemacht. Oh, Razor hat es echt drauf. Das ist ziemlich seltsam. Wir brauchen ihn gar nicht hochholen. So, was haben wir? Ein Manuskript. Liest sich wie eine Lebensgeschichte, aber es ist schrecklich geschrieben. Es ist von einem Meteor? Sehr seltsam. Wie bitte? Okay, wir haben das Manuskript. Können wir das irgendwie noch... Nee. Gut, was haben wir hier? Docs... Docs are us Diplom. Abschluss in Mumifizieren und Verbinden. Sehr schön. Arzt per Post Diplom. Verdienen an Dr. Fred. Sehr cool. Gut. Was haben wir hier? Ein Untersuchungstisch. Echt geil. Medizinisches Schaubild. Igitt. Das ist ja scheußlich. Aber was ist noch was anderes? Ein Diagramm? Knuspriger Karamellkern. Meinst du wirklich? Das ist das Gehirn, meine liebe Dame. Echtes Skelett. Echt geil. Okay, wir gucken mal, ob wir das Schaubild nehmen können. Geht nicht. Skelett. Da wäre so ein Knochen auch ganz nett vom Skelett. Medizinschrank ist auch immer gut. Dafür braucht man einen Spezialschlüssel. Hm. Na gut, wir haben noch... Wir können unsere Schlüssel benutzen. Aber das ist der nächste Ort, wo man einen Schlüssel gebraucht hätte. Wir können aber mal mit Dave hochgucken. Also müssen wir auf jeden Fall testen, um sicher zu sein. Hier war ja nichts mehr, ne? Ne, hier war noch die andere Tür. Okay. Du siehst hier vermutlich dasselbe. Ja. Dann checken wir jetzt mal die Schlüsselnummer aus. Ich meinte, der Schlüssel hat ja eigentlich schon eine Tür geöffnet. Okay, das wäre jetzt auch sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen, wenn das funktioniert hätte. Gut, Leute. Kurzer Zwischenstand. Gibt es von euch noch irgendwas? Da ist ein Griff am Schrank. Okay, ja, das stimmt. Aber wir können ja mal... Ja, wir können mal drücken. Kann man nicht bewegen. Ziehen. Kann man auch nicht. Benutzen. Ne, geht nicht. Ziehe Schaubild. Ne. Kann man hier noch irgendwas... Ich meinte, diese Dinge... Theoretisch ist das alles möglich. Wir versuchen es mal, dass da hinter sich was verbirgt. Okay, das ist alles nicht... Tisch... Tisch können wir schließen. Untersuchungstisch können wir auch nochmal drücken und ziehen. Zu schwer. Ähm, wir reden mal kurz. Was sagt die denn jetzt hier? Woher haben sie ein echtes Skelett? Ich will es nicht wissen. Und du solltest es auch nicht wollen. Heißt das, das Skelett könnte eine Rolle spielen? Wir wissen es nicht. Fruchtsäfte... Fruchtsäfte... Ne. Jeder Schlüssel ist nur für eine Tür. Ja, das vermute ich auch. Die Ladezeiten beim C64 waren nervig. Ein Doktorspieler mit Razor. Da fragt jemand, ob da noch ein Schwamm ist. Naja, ich habe auch schon geguckt. Da sieht man irgendwas. Aber den kann man leider nicht nehmen, was auch immer da ist. Troutan am Tisch zerlegen. Oha. Das ist ja eine witzige Idee. Probieren wir es mal. Das macht keinen Sinn. Ähm... Und benutze Skelett. Macht keinen Sinn. Drücke. Nicht bewegen. Ziehe. Schreibtisch haben wir doch schon geöffnet. Wilde Heide. Untersuchungstisch öffnen. Na, das kann man auch nochmal probieren. Ne. Gut, Leute. Dann... Warte mal. Irgendwo war doch jetzt noch eine Tür, ne? Ach so. Hier, die Tür. Alles klar. Jetzt war ich kurz verwirrt. So, öffnen wir mal die Tür und gucken, was hier los ist. Ei, 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 ei. Das hätte ich ja jetzt noch nicht vermutet. Ein R-Hockey-Tisch. Der ist kaputt. Können wir da was nehmen? Ne. Öffnen wir ihn mal. So. Ein Zack-McCracken-Poster. Äh, war das im alten auch schon drin? Das... Das geht ja nicht, ne? Das ist ja skurril. Das ist ja das erste eigentlich. Haben die das nachträglich eingeführt? Das ist ja geil. Gut. Diverse Videospiele. Wir gucken sie uns gleich alle an. Und hier ist etwas, was ich nicht anwählen kann. Kill-Thrill-Spiel. Meteor-Mess-Spiel. Ich will jetzt keine Minigames machen. Die Enemies Die. Alien Slime. Disco Crazy. Und Video Fever. Ich benutze mal eins. Kann man nicht. Ah, Münzschacht. Ah, alles klar. Münzschacht. Da könnten natürlich vielleicht noch Münzen drin sein. Rausgefallen, ne? Okay, man. Man kann die alle nicht benutzen. Und ich glaube, es gibt auch keine weiteren... Keine weiteren Geschichten hier drumherum. In dem Zimmer war jetzt nichts Sinnvolles. Hm. Vielleicht ein Zimmer, wo man sich jederzeit verstecken kann. Wo keiner reinkommt. Möglicherweise. Die Kerzenständer kann man nicht nehmen. Ne. Ähm. Stimmt. Meteor. War da irgendwas? Meteor-Mess. Ja. Stimmt. Das könnte interessant sein. Aber das Spiel reagiert genau wie die anderen. Ich versuche mal ein bisschen was. Öffne kann man nicht. Ziehen. Drücken. Ne. Und benutze geht auch nicht. Aber das wäre nachvollziehbar gewesen. Da gebe ich euch recht. Öffne, Münzschacht. Das können wir auch nochmal probieren. Die Maschine ist abgeschlossen. Oh, alles klar. Ja. Alle sind abgeschlossen. Also ich glaube es, ich mache mal an einem Spaß und Cyber. Aber jemand hat ja eh schon gesagt, ja ne, alles klar. Die sind alle abgeschlossen. Gut. Noch Hinweise zu diesem Raum. Leute. Habt ihr noch was gesehen? Einige der Automaten kann man übrigens im Thimbleweed Park wirklich spielen. Genau. Ron Gilberts aktuellstes Abenteuer. Die Disco Crazy Konsole zieht. Die hat einen Sockel. Oh, sehr aufmerksam. Aber hier ist nichts weiter auffällig. Aber auch das hätte sein können. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ne. Okay. Gut. Dann gibt es hier offenbar nichts Neues. Und noch sind wir auch nicht... Noch... Das Schwierige bei Avengers ist ja, wenn man in einen Moment kommt, wo man alles abgesucht hat und nicht mehr weiter weiß. Den haben wir noch nicht erreicht, weil es gibt noch einige Stellen mehr. Naja. Ich würde mal sagen, obwohl wir nichts gefunden haben, speichere ich trotzdem mal. So. Und dann gehen wir mal hoch. Faszinierend. Nur dort ist der Joystick nicht rot. Ja, aber wir haben gesehen, da war nichts zu machen. Okay. Gott, diese Glassteine. Die sehen ja abgefahren aus. Nein! Wen haben wir hier? Das grüne Tentakel. Wir reden. Ich bin so hungrig. Ah, es lässt uns nicht durch. Und jetzt haben wir was. Wir haben Tentakel-Futter. Können wir uns das erstmal anschauen? Faszinierend. So, gib Tentakel-Futter an Grün-Tentakel. Danke. Noch mehr essen, bitte. Konservendosen? Danke. Alter Troutan. Ja. Sehr cool. So werden wir unsere ganzen Sachen los. Verrotteter Braten. Fruchtsäfte. Okay. Okay, hungrig. Er will nichts trinken. Das ist interessant. Komm, wir haben noch den Käse am Start. Okay. Nein, er ist nicht befriedigt. Die Ketchup-Flasche. Ah, jetzt ist er durstig. Okay. Yeah, Strike. Wir haben es geschafft. Super, Leute. Wir haben, glaube ich, einen wichtigen Schritt erfüllt. Wir sind das ganze Inventar los geworden. Tentakel ist weggegangen und wir können offenbar durch diese Tür jetzt reingehen. Geil. Ähm, mit Bernhard die Automatenuntersuchung kommt noch und es kam der Hinweis, dass ich zwei Türen übersprungen habe. Okay. Wenn du Pech hast, wirst du auch etwas los, was du noch für ein Rätsel brauchst. Naja, gut. Wir haben ja Gott sei Dank gespeichert. So, wir machen das mit Bernhard nochmal später. Oder wollen wir das... Ah, jetzt... Ah, komm. Wir machen... Wir bringen Bernhard auch nach oben. Das ist doch ganz gut, wenn alle da sind. Checken wir das nochmal mit Bernhard aus. Also, ich habe hier noch eine Tür vergessen. Das weiß ich. Das ist mir bewusst. Falls du die zwei Türen meintest, ist mir das bewusst. So. Ähm, nee, warte mal. Hier war das Zimmer. Okay. Aber warte mal. Vielleicht hat Bernhard noch irgendwas anderes. Nett, sagt er. Besser nicht. Kann er noch was zur Formel sagen? Nee. Gut. Gucken wir nochmal der Vollständigkeit halber erstmal hier mit Bernhard zu den Dingern. Besser nicht. Besser nicht. Okay, also er hat hier auch nichts. Er will gar nicht spielen. Er ist ein Spielmüffel. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Tür hier. Und ich bin gespannt, was hier drin ist. Und erneut ist es dunkel. Oh. Ah, das ist die Dunkelkammer, Leute. Und es gibt hier auch kein Lichtschalter. Doch, Rotlicht. Können wir benutzen. Ah, cool. Ja, kannst du sie bitte ausmachen? Danke. So. Dunkelkammer. Haben wir, wir haben ja das Entwicklerzeug, haben wir leider runtergeschmissen. Das war ja natürlich großartig. Aber vielleicht kann man dieses radioaktive Wasser auch anstatt dieses Entwicklungsmittels nutzen. Vielleicht ist das der Sinn dafür. So, okay, alles klar. Aktenschrank. Abgeschlossen. Äh, ja, Leute. Also wenn mir einer von den Leuten sagt, die das Spiel kennen, dass jeder Schlüssel nur wirklich zu einem Schloss passt, dann unterlasse ich es jetzt, die Schlüssel immer auszuprobieren. Das ist vielleicht ein hilfreicher Spoiler, sagen wir es mal so. Derweil gucken wir uns mal das hier an. Der größere, der größere für die Fotos. Meine Zigarre, ja, ja. Zu der kommen wir noch. Okay, Prüos sagt, jeder Schlüssel nur für ein Schloss. Gut, alles klar. Dann haben wir, wenn ich mich recht entsinne, haben wir beide Schlüssel schon verwendet. Damit ist das eigentlich durch. Sehr schön. Gut, wir haben Entwicklerschale. Können wir die nehmen? Ich benutze jetzt mal spaßenshalber das Wasser dort drauf. Hm. Manchmal ist die Steuerung sehr empfindlich. Er sagt dann nichts. Das finde ich merkwürdig. Scheint nicht zu funktionieren. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Könnte das Rotlicht noch für uns so interessant sein? Haben wir noch irgendwas, was wir entwickeln können? Haben wir auch nicht. Der Aktenschrank ist abgeschlossen. Jetzt haben wir schon so diverse Dinge, die abgeschlossen sind. Langsam muss ich mir das mal notieren. Wir haben einen Medizinschrank. Ein Aktenschrank. Dann eine Tür beim Reaktor, die abgeschlossen ist. Und irgendwo war noch abgeschlossen. Das weiß ich aber jetzt nicht mehr. Okay. Vergrößere. Nimm. Zieh. Gut, hier gibt es also, glaube ich, jetzt nichts. Toll. Da haben wir die Tentakel weggelockt. Und es hilft uns im Moment zumindest nicht weiter. Wie mir scheint. Außer ihr habt noch irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Entwickelt man aufgenommene Kassetten? Nee. Das tut man in der Tat nicht. Sehr schön. Wirklich süße Frage. So. Die Tentakel ist weg. Und wir haben eine schöne Pflanze hier. Sie ist sehr schön. Nee. Gut, es geht noch mal eine Treppe hoch. Langsam wird mir das unheimlich. Wie viele Etagen hat er dieses Haus? Hier hin geht es aber auch noch lang, oder? Schaut mal, da ist der alte Baum. Oder was ist das? Könnte sein, ne? Und ein Mond. Gut, hier ist nichts mehr. Die Pflanze. Schaut mal, was ist hier noch? Das ist nicht anwählbar. Ich würde sagen, wir gehen mal immer weiter hoch. Oh nein, Leute. Da ist ein Teufelskopf. Und die Türen mehr an sich. Muss man mitzeichnen? In dem Spiel? Das sieht man irgendwann nicht mehr durch. Ich gehe erstmal noch nicht durch die Türen. Drei Türen. Vier Türen. Nee, wollt ihr mich verarschen? Fünf Türen. Und in jedem Raum ist irgendwas Abgefahrenes. Oha. Okay. Funkgerät. Aha, jetzt können die Radiohöhre noch relevant werden. Ein Hightech-Funkgerät. Ja, ja, wir haben schon... Wir haben ja... Oh, 10 Cent, Leute. Von 1977. Geil. Wir können spielen. Gut. Ähm, Rührensockel. Ja. Da fehlt ein Teil, Leute. Okay, der Moment ist gekommen. Ähm, seit dem letzten Speichern haben wir eigentlich nichts erledigt. Insofern speichere ich im Moment nicht. Gut, außer die Tentakel, ne? Ich weiß gar nicht genau. So. Schließe mal die Tür. Benutze Radioröhre mit Rührensockel. Okay. Und jetzt? Benutze Funkgerät. Okay. Hatten wir schon irgendeine relevante Nummer, außer die Zahlen vorne am Schild? Hm. Schreib mir mal auf Zahlencode. Äh. Oben. Aber oben kann alles heißen. Puh. Gut. Immerhin sind wir das Ding losgeworden. Die Polizei anfordern und den Einbruch im Haus melden. Gesucht wegen zahlloser, grausamer Taten. Ein mörderischer, schleimiger, lila Meteor. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie 1138. Yeah. Ja, Leute, alles klar. 1138. Hier ist die Meteor-Polizei. Sie haben den lila Meteor gesehen? Ich bin in 5 Minuten da. Und schließen Sie die Labortür auf. Und noch eins. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass das noch relevant wird. Aber wir müssen erst mal die Labortür finden. Vielleicht. Vielleicht ist es auch nur ein Scheiß-Gag. Sehr schön. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob den... Alles klar. Schnappen wir sie. Geheimlabor. Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Sehr schön. Gut, okay. Dann wissen wir ja schon mal, was wir machen müssen. Wir müssen diese Labortür aufbekommen. Oh, verdammt. Verdammt. Paket. Wer klingelt denn jetzt da? Wo stehen die Leute? Okay, die stehen alle entspannt irgendwie. Da kommt er, glaube ich, nicht vorbei. Sie kann vielleicht mal die Tür zumachen. Mit dem Paket. Das wird auch noch interessant, ne? Aber ich weiß nicht, wie wir ein Paket simulieren können. Also das wird vielleicht noch eine Rolle spielen. Das ist ja vermutlich, wenn man jetzt am Anfang nicht geklingelt hätte, würde man jetzt erfahren, dass er beim Klingeln runter geht. Man kann ihn natürlich auf diese Art und Weise auch weglocken aus seinem Labor, oder wo er da auch immer ist. Das könnte doch... Achso, aber sein Paket ist vermutlich wirklich da. Verdammt, sein Paket ist da. Hätte man das abfassen können? Oh, scheiße. Man hätte vor ihm runterlaufen müssen. Oh, jetzt ist die Frage. Nochmal eine Frage an die Leute, die das Spiel kennen. Früher war das ja richtig fies bei den Adventures. Kann es sein... Haben wir jetzt verloren, weil wir das Paket nicht haben? Das wäre jetzt nochmal wichtig. Muss ich jetzt neu laden? Oder gibt es auch andere Wege, daran zu kommen? Hm. Okay. Theoretisch gibt es andere Wege. Sackgassen hat das Spiel nicht. Rosas Lösung ist tot. Okay. Der Chat streitet sich, ob das Spiel Sackgassen hat oder nicht. Jede Menge sogar. Ja, Leute. Was machen wir? Wollen wir neu laden? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, an welcher Stelle wir waren. Kruxy sagt, besser neu laden. Was sagt der Chat? Seid ihr für Laden? Okay. Die Mehrheit scheint für neu laden zu sein. Außer Hallenser. Ich denke, wir laden neu. Beziehungsweise, wir werden mal den Spielstand speichern, falls irgendwas schief geht. Wir nennen das mal Nachpaket. Voller sagt, weiter spielen, Pech gehabt halt. Jetzt kommen die ganzen Nicht-Neulader. Und Seraphim sagt, nicht neu laden. Ah, ich glaube, die Mehrheit ist trotzdem für neu laden. Wir machen das mal. Wir machen das mal. Wir gucken mal. Jetzt weiß ich mal gar nicht mehr. Achso, wir waren vor dem Hochgehen. Vor dem ganzen Tentakel-Kram. Und nein. Nee. Wisst ihr was? Das ist... Den laden wir doch nicht neu. Das war es zu weit weg. Dann ist eben die Razer-Geschichte vorbei. Also, wenn ihr sicher seid, dass man trotzdem das beenden kann, dann ist es okay. Gut. Bett. Faszinierend. Können wir das Kissen da wegnehmen? Schwester Edna... Oh, es geht immer noch hoch. Muss schlimm sein, jeden Morgen daneben aufzuwachen. Oh ja, das glaube ich auch. Können wir das Bett benutzen? Das macht keinen Sinn. Kann ich es öffnen? Was hat er gesagt? Ich glaube nicht. Achso. Schlimme. Ja, wir gehen hoch. Wollte ich eh. Boah. Was geht hier ab? I'm a rocker. Linker Lautsprecher. Ach, hier ist das Zimmer von Grün Tentakel. Wie cool. Und Tentakel ist ein Rocker. THX-Sound. Okay. Können wir nochmal mit Tentakelchen sprechen? Oh, ich bin so deprimiert. Ich werde niemals meine Band haben. Oh nein. Mein Leben endet im Nichts. Ich werde nie etwas erreichen. Leute, hier können wir die Kassette einlegen. Selbst das Essen hat nicht geholfen. Okay. Wir legen mal das Ding ein. Benutze Kassette mit Stereoanlage. Wow, das Teil ist heiß. Können wir sie anmachen? Ja, aber vielleicht läuft die Aufnahme. Kann man jetzt sagen, dass er mal anfangen soll? Ich bin so traurig. So, wie kann man das Ding jetzt hier starten, Leute? Wir wollen das hier auf die Kassette spielen und dann Schallplatte. Ah, wir können die Schallplatte vielleicht... Wir können die Schallplatte kopieren auf die Kassette. Tentakel brunftschrei. Geil. Warte mal, wir machen die nochmal aus. Vielleicht nicht, dass das irgendwie... So, wir nehmen die Schallplatte. Okay. Und jetzt benutze Schallplatte... Kann man das da oben reinstecken irgendwie? Nee. Geht nicht. Wie können wir die Schallplatte hier abspielen? Es muss doch einen Ort geben, wo man diese Schallplatte abspielen kann. An meinen schleimigsten Sohn. Mom. Och, wie entzückend. Hm. Wartet mal. Stereoanlage. Das ist da oben. Sieht so ein bisschen... Schallplatte. Rechter Lautsprecher. Gib Schallplatte an Grün-Tentakel. Passiert auch nichts. Oder? Es muss doch irgendwie diese... Er hat eine Schallplatte und kann sie nicht abspielen. Das kann doch nicht wahr sein. Poster. One Joe, but life at the forum. Nimm Poster. Geht nicht. Ziehe Poster. Geht nicht. So, Leute. Was sagt der Chat? Das sind die Lautsprecher von Manowar. Ja, genau. Aufnahme mit der Box. So ist es. Aber wie kriegen wir die Box an? Schallplatte in Stereo. Ja, vielleicht gibt es irgendwo einen Plattenspieler. Das könnte natürlich noch sein, ne? Gut. Der Chat hat offenbar auch keine großartigen Ideen. Das Bett sieht bequem aus. Benutzen kann ich es nicht. Okay, wir haben aber erst mal eine Schallplatte. Hier oben ist noch ein Poster. Tierra Sacks. Okay, das kann er nicht nehmen. Kann er auch nicht nehmen. Gut. Also es ist klar, wir haben sozusagen den nächsten Schritt. Wir müssen hier, können wir irgendwie mit der Kassette eine Aufnahme machen. Hier haut das ordentlich rein. So. Nur müssen wir hier irgendwie Ton hinbringen. Das ist das große Ding. Schallplatte mit dem Ding beim Kronleuchter abspielen. Das ist ein Radio. Unten links an der Box. Ne, gute Idee. Da wäre irgendwie was gewesen, aber nichts zum Interagieren. Bei der Kassette war kein Plattenspieler. Ob Razer das machen müsste? Wir können ja mal Razer holen. Ist ja mal ein guter Hinweis, ne? Wo geht es raus? Ich vergesse es immer. Ja, hier geht... Ne. Doch. Hier jetzt rein. Ne, Quatsch. Oh Gott, ich verlaufe mich jetzt schon. Hier hoch jetzt, genau. Quatsch. Doch. So. Wow, das Teil ist heiß. Sie sagt dasselbe. Wir reden mal miteinander. Das ist der zweitgrößte Lautsprecher. Den ich je gesehen habe. Der Witz ist so alt. Okay, ist er das? Ja, aber was soll sie hier machen? Ich meinte, es ist unlogisch. Es ist unlogisch, wenn sie das machen könnte. Aber ich gebe ihr das Ding mal. Ich gebe mal Schallplatte an Razer. Benutze Schallplatte. Ne, da kann sie auch nichts machen. Ist auch Quatsch. Ja, ich denke auch. Man muss mit ihm irgendwie spielen. Das ist ein guter Hinweis, ja. Ich denke, da wird noch viel kommen. Okay, gut. Gehen wir einfach mal weiter. Wir können mal Spaß des Halber mit Burnhardt weitergehen. Lassen wir die anderen mal oben stehen. Schließen wir mal die Tür und gehen ins nächste Zimmer. Ei! Shit! Okay. Gut, da haben wir das Zimmer. Ich bin an dieser Stelle, glaube ich, immer für neu laden. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine große Skepsis bei diesen Spielen. Wir wissen jetzt, die zweite Tür, da ist jemand. Ich habe eine große Skepsis bei diesen Spielen. Das meinte, dass ich da was verbaut. Da bin ich früher ein gebranntes Kind gewesen. Da gab es so frustrierende Sachen. Meistens aber bei den Sierra Adventures. Dass ich vermutlich neu laden werde. Ob Razor mit dem Tentakel ringen kann? Das ist doch eine ganz gute Idee. Ah, weglaufen kann man auch? Okay. Laden. Ich lade mal das hier. Wir waren jetzt noch nicht oben. Machen wir das nochmal schnell. Nehmen wir nochmal die Schallplatte. Reden nochmal mit ihm. Okay, die Band. Also er braucht eine Band. Das ist klar. Man muss mit ihm spielen. Wir können trotzdem mal zu Razor gehen. Wo wir die jetzt nach oben. Ich muss echt immer nachdenken, wo wir jetzt gerade sind. Ja, Bernhard kriegt man da raus. Okay. Klar, kann ich mir vorstellen, dass man das kriegt. Aber, ja. Ich weiß jetzt nicht. Es ist für so einen ersten Run vielleicht okay, wenn man das mal so macht. So, wir reden nochmal so von Band Tussi zu Band Tentakel. Mit ihm. Ja, da ändert sich aber nichts. Gut. Also. Zweite Tür ist erstmal tabu. Da war sie drin. Dritte Tür. Ah, scheiße. Okay. Man kann rausrennen. Alles klar. Die beiden Türen sind tabu. War er das? Es war er, ne? Da kann man ihn, da könnte man ihn jetzt mit der Klingel weglocken. Das ist auf jeden Fall eine Option. Ja, ich speichere mal. Guter Hinweis. Speichere jetzt mal an der Stelle. Können wir eigentlich mehr? Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie spät es ist, Leute. Ich meine, ach nee. Ich habe hier eine Uhr. 22 Uhr, 44. So. Dritte Tür. Okay. Sehr gut. Hier sind wir offenbar allein. Hier gibt es einen schönen Playboy-Kalender. Mai 72. Tets Todestag ist markiert. Aha. Er ist an die Wand genagelt, geheftet und geklebt. Da kann man nichts machen. Gut. Okay, was haben wir unten? Überflüssige Körperteile. Na lecker. Igitt. Scheint nicht aufzugehen. Okay. Sarkophag. Nett. Mit einer Antenne. Sehe ich das richtig? Besser nicht. Öffne Sarkophag. Ei, 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 ei. Was ist denn hier? Ein Kissen und ein Fernseher. Wie geil ist das denn? Ein Kissen und ein Fernseher. Sehr schön. Nimm ein Kissen. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Alles klar. Und der Fernseher? Nur das Nötigste fürs Jenseits. Kann man den benutzen? Ich kriege nur Rauschen rein. Die Antenne ist aber nicht zu justieren. Okay. Kann ich das Ding wieder schließen? Vielleicht kann man sich auch hier verstecken. Ups. Ich probiere jetzt mal kurz. Kann ich ihn nicht mehr öffnen? Doch. Ich kann aber nicht da reingehen, ne? Nee. Na gut, egal. Was haben wir hier? Ein Kraft-O-Mat. Schaut wie ein gutes Trainingsgerät aus. Quietsch, quietsch. Ah, jetzt fühle ich mich viel stärker. Okay. Kann er jetzt vielleicht irgendwas aufmachen, was er vorhin nicht aufmachen könnte? Interessante Sache. Miss Mumie 982 vor Christus. Na, super. Und wir haben hier ein Behinderten-Klo. Hm. Das sieht ja auch hübsch aus. Ähm, die Garagentür vielleicht jetzt da stark ist. Hm, das ist gut, ja. Das ist ein guter Hinweis. Ich würde sagen, wir checken erst mal das Bad und dann gehen wir runter. Ja, sehr guter Hinweis, Leute. Duschvorhang. Ruf doch mal an. Aetna 47. Cousin Ted ist das. Ach, das ist der Todestag von Ted. Kann man den nehmen? Kann man den da reinstecken? Ich glaube nicht, dass er es nehmen kann. Okay, die Zahl könnte noch eine Bedeutung haben. Fenster. Okay, das Fenster kann man nicht aufmachen. Ja, sehr schön. Okay, wir können auch hier Wasser. Ein zersprochener Spiegel. Ziehe. Drücke. Oh, warte mal. Wir müssen mal mit der Mumie reden. Geht nicht. Okay. Toilettendeckel. Können wir aufmachen. Können wir reinschauen. Nett. Benutze. Da wäre ich ganz gern allein. So. Kettenspülung. Kennt ihr das noch? Ich will das Ding mal zumachen. Kann ich das nehmen? Nee, kann ich nicht. Benutze. Kettenspülung. Ei, 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 ei. Oh, das ist aber geil, der Sound. Gut. Waschbecken. Ansonsten hier nichts Spannendes. Hier ist noch ein Wasserhahn. Hier ist noch ein Wasserhahn. Oh. Da fehlt der passende Handgriff. Oh, Leute. Da ist was Interessantes. Das heißt, hier können wir irgendwas mit dem Wasserhahn, können wir die Dusche starten. Und dann passiert irgendwas mit Ted. Ich weiß nicht. Hat er irgendwas, was als Handgriff dienen könnte? Na, nicht wirklich. Ich meinte, den Schlüssel als Handgriff könnte man natürlich auch versuchen. Aber so richtig überzeugend ist das nicht. Da liegt doch ein Schwamm oder Seife. Am Duschross ein Ventil. Okay, gucken wir nochmal. Wo ist ein Schwamm? Wo seht ihr einen Schwamm, Leute? Ach da. Ja, natürlich. Sehr gut. Ein alter schmutziger Schwamm. Nimm den Schwamm. Sehr gut. Okay. Kann man mit dem Schwamm irgendwas mit Cousin Ted machen? Benutze Schwamm mit Ted? Nee, aber wir können irgendwas mit der Tafel verwischen oder so Kram. Hm. Der Schwamm war auf jeden Fall gut, dass wir den gesehen haben. Dass ihr den gesehen habt. Sehr schön. Vielleicht mit dem Funkgerät die 4-7 anrufen. Dann geht Edna runter zum Telefon. Die Schaltplatte als Handgriff. Ist auch eine Idee. Wir können ja mal hier hochgehen. Das mit dem Telefon ist... Das ist auch eine gute Idee. Genau. Könnten wir eigentlich direkt mal ausprobieren. Aber offenbar müssen das... Ach so. Ja, Leute. Wir müssen die Mumie beiseite schieben, damit wir die gesamte Telefonnummer sehen. So ist das gedacht. Ah. Ja, 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 ja. Dusch. Das ist, das ist okay. Und um die Telefonnummer, um das beiseite zu schieben, müssen wir irgendwie einen Griff haben. Und da er hier unsere ganzen Sachen hat, werden wir das jetzt mal machen. Äh, waren wir hier reingegangen? Ja, hier war das. Den Schwamm können wir nass machen. Ja, das ist auch noch eine gute Idee. Na, benutze Schwamm. Ach so. Ah ja, Schwamm, Wasser, alles klar. Gut. Dann haben wir jetzt einen nassen Schwamm. Vorhin kam ein Hinweis, dass wir uns immer mal unterhalten sollten. Machen wir das mal. Ich glaube, du brauchst ein Bad. Nach dir. Ja, okay. Jetzt wollten wir ausprobieren, die Geschichte mit dem... Ob wir hier irgendwas nutzen können. Als Dreher. Schallplatte mit Wasserhahn. Nee, geht scheinbar nicht. Benutze... Ich meine, die Kassette könnte man da so auch so reinklemmen. Aber das geht alles nicht. Dose. Das ist Schwachsinn, ne? Ich meine, den Schlüssel könnte man noch so... Das wäre vielleicht noch das eheste, was man machen müsste. Aber das geht nicht. Das Klo mit offenem Deckel spülen. Lass Dave auch trainieren. Landfurt sagt, wir sollen mal wieder speichern. Ja, machen wir gleich. Wir werden mit Dave... Denk schließen. Wir werden mit Dave auch nochmal trainieren. Das ist ein guter Hinweis. Vielleicht müssen wir mit allen drei trainieren. Oder ich weiß nicht, ob da ein Timer abläuft. Es wäre cool, wenn man irgendwie alle gleichzeitig auswählen könnte. Wo ist kommen? Ich mache jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal runter. Beziehungsweise wir speichern mal. Und gehen dann jetzt erstmal runter. Schnellreise gibt es ja hier nicht. Zum Garagentor. Wenn ich mich noch erinnere, wo man da hingeht. Wäre auch gut. So, warte mal. Wie kann man von hier zum Garagentor? Ja, ich glaube, ne? Im blödesen Fall brauchen wir alle drei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die drei gleichzeitig dieses Tor öffnen. Das war doch hier, oder? Ja. So. Jawoll! Strike! Und da haben wir den Wasserhahn! Wunderbar! Das passt ja. Das passt ja. So, wir haben hier noch eine Zementplatte. Hm. Aber wir nehmen erstmal den Wasserhahngriff. Sehr schön. Okay. Den haben wir. Was macht denn die Zementplatte? Nee, ist Quatsch. Regal. Ein merkwürdiger Raketenmotor. Umgebaute Raketenmotor. Umgebaute Raketenmotor. Weird Edsel. Kofferraum. Boah. Ein merkwürdiges Edsel-Modell. Aufkleber. I love Indie. I love Indie. I love Indie. Edsel. Komm, wir versuchen erstmal alles zu nehmen. Ein Schild haben wir hinten. Tentakel an Bord. Sehr schön. Aber ein Kofferraum. Den wollen wir öffnen. Oh, abgeschlossen. Das nächste, wofür wir vielleicht einen Schlüssel brauchen. Kofferraum. Hm. Wir versuchen mal, den Raketenmotor zu öffnen. Vielleicht kann Bernhard das... Ah, das ist echt ein bisschen aufwendig. Jetzt mit allen Leuten immer dann runterzulaufen, um das auszuprobieren. Gibt es noch irgendwas, was ich gegessen habe? Schild. Nö. Ich glaube nicht. Also das Wichtige war jetzt definitiv der Wasserhahngriff. So. Schwarzer Schlauch am Heck rechts. Ja, gut gesehen. Ist aber leider nichts. Okay, noch jemand was gesehen? Die Kerzen beim langen Tisch waren auch zu schwer. Auch ein guter Hinweis. Probieren wir aus. Ja. Sehr gut. Okay, ist immer noch zu schwer. Das scheint so gängig schwer zu sein. Ich würde mal sagen... Hm. Ich meinte ja die Sache mit Ed und dem Motor. Weiß nicht, ob wir das gleich testen. Aber wir gehen jetzt erstmal hoch wieder. Ich tendiere fast dazu, die Türen aufzulassen. Einfach damit man weiß, wo man schon gewesen ist. Das ist ziemlich verwirrend, ehrlich gesagt. Was war zum Beispiel hier nochmal? Kann ich mir jetzt gar nicht erinnern. Achso, hier war das Ding. Alles klar. Gut. So, wir waren da hinten. Und benutzen jetzt den Wasserhahngriff mit dem Wasserhahn. Sehr schön. Yeah, Strike. Okay. Gut, das heißt, wir können jetzt mit 1547 Edna anrufen und dann in ihr Zimmer gehen. Das heißt, irgendjemand muss sich dann natürlich noch in die Nähe positionieren. Beziehungsweise, das kann ja der machen, der auch anruft, ne? Das speichern wir auch gleich mal. Ist das, war das, das war doch, glaube ich, diese Tür, ne? Oder war das woanders? Ich weiß gar nicht genau. Wir werden gleich nochmal speichern. Wir sind bei 2259. Kurze Pause für den Chat. Ist was unter dem Regal in der Garage? Da habe ich eigentlich geguckt. Oh. Gut. Okay. Dann machen wir das jetzt mal. 1547. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben. 1547. Hä? Oder habe ich das falsch aufgeschrieben? 1547. Normalerweise kommt doch eine Zwischensequenz, ne? Okay, das war es nicht. 1547. Oder muss ich noch irgendwas drucken? Braute-Taste? Müssen wir Edna vielleicht mit dem Telefon in der Bibliothek anrufen? Ja, das ging ja nicht, ne? Hm. Okay. Ist im Funkgerät kein Telefon. Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Ja, gut. Ähm. Aber das ging doch unten nicht. Das war doch irgendwie außer Betrieb, oder? Man konnte das nicht an... anmachen. Bernhard fragen, warum das Telefon unten nicht geht. Da muss ich ja mit zwei Leuten runter. Das ist ja ätzend. Das ist ja... Das ist wirklich... Oh, das... Merke ich schon. Das ist ein nerviges Element an dem Spiel. Aber wir können einfach mal mit Bernhard runtergehen. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? So, Leute. Wo war nochmal die Bibliothek? War die hier hinten? Nee, ne? Hier ging es ja nicht mehr weiter, ne? Oder doch? Hier ging es weiter, ja. Alles klar. So. Scheint kaputt zu sein. Okay. Aber er sagt nichts. Das heißt, wir müssen mit ihm reden. Das heißt, wir müssen runterlatschen. Komm, dann latschen wir mit ihr runter. Mal gucken, ob er einen Tipp abgibt. Ansonsten sind wir umsonst runtergelatscht. Aber so ist das bei diesen Spielen. Da macht man viele Wege umsonst. Ja, ich wollte keine Tipps. Ist ja richtig. Noch sind wir auch nicht. Noch stecken wir auch nicht. Wir haben ja noch einige Zimmer, die wir noch nicht überprüft haben. Insofern ist noch alles im Fluss. So, dann schauen wir mal. Reden wir mal mit ihm. So viele Bücher. Diese Addisons müssen eine sehr intellektuelle Familie sein. Äh, ja. Das ist ein sehr hilfreicher Hinweis. Ähm, kann ich das nehmen? Nee. Wir reden mal andersrum. Okay, die reden nur über Bücher, nicht über das Telefon. Hm. Na gut. Okay. Das führt uns erstmal zu nichts. Sehr schön schade eigentlich. Aber das kommt vielleicht noch. Wir haben ja immer noch eine andere Variante. Wir können ja immer noch klingeln und in das andere Zimmer laufen. Die Frage ist, ob er dann nochmal runterkommt. Vielleicht sollten wir das jetzt mal probieren als nächstes. Wir bleiben mal hier. Vielleicht zu intellektuell, genau. Wir bleiben mal hier. Wir sch... Nee, wir laufen erstmal runter. Spielen. Wir werden jetzt mal unten mit irgendeinem klingeln. Mit Razor, die dann irgendwie wegläuft oder so. So, jetzt speichern wir mal. Können wir die Sache dann gleich mal entledigen. Ähm. 23.04 Uhr haben wir es. So. Okay, jetzt benutze ich die Klingel. Ich laufe ganz schnell weg. Was war das für ein... Aber es kann... Oh, die Tür klingeln. Er wartet noch auf ein Paket. Okay. Auf jeden Fall scheint es zu funktionieren. So, jetzt komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell weg. So. Und jetzt zu Dave wechseln. Und das war doch sein Zimmer hier, ne? Ja, sehr gut. So, komm. Nimm Hamster. Oh, die strategische Kommandokarte. Können wir die nehmen? Äh, Bett. Sparschwein. Zerbrochen. Was haben wir? Zehn Cents. Wir können wieder zehn Cents nehmen. Oh nein. Schlüsselkarte. Da war noch eine Schlüsselkarte, Leute. Ah! Okay, wir haben ja meinen gespeichert. Mal gucken, wie schnell er ist. Okay, haben wir denn hier noch was? Nee, dann schnell raus. Scheiße, da oben waren noch TIE Fighters oder so. Die hingen an der Decke. Gut. Schlüsselkarte. Aber ich habe gar keinen Ort gefunden, wo wir die Schlüsselkarte brauchen können. Im Moment noch nicht. So, wir haben den Hamster. Eigentlich können wir alle nach Hause gehen. Genau. Kleingeld für die Spielautomaten. So, Leute. Jetzt ist die Frage. Haben wir alles aus dem Zimmer? Oder brauchen wir noch was? Äh, da dürft ihr jetzt auch mal Bescheid sagen, ob ich noch was vergessen habe. Das ist sonst zu nervig ihn jedes Mal. Ja, Hamster und Rico-Welle. Wollen wir das durchziehen? Der Klassiker. Ad ist abgegrast. Alles klar. Gut. Dann haben wir die Ad-Nummer. Okay, Leute. Ähm. Dann. Hm, wartet mal. Dann gucke ich jetzt mal. Sie ist draußen. Er ist der am weitesten oben. Ist. Dann würde ich sagen, gehen wir oben. Hamster-Spülung. Ja, wir machen das mit dem Hamster. Eine Mikrowelle machen wir noch. Wenn wir da sind bei der Gelegenheit. Hier hinten hatten wir ja alles. Die Nummer haben wir. Wir können hier, glaube ich, rausgehen. Speichern. Ja, stimmt. Speichern ist ein guter Hinweis. Nach dieser zeitkritischen Aktion speichern wir. Okay. So. Die Tür kennen wir auch noch nicht. So, die wilde Heide oder Helde? Wir sollen den Hamster am Leben lassen. Wir können das speichern und das probieren. Oh, das ist die fleischfressende Pflanze. Da können wir den Hamster hingeben. Faszinierend. Kamin. Leer. Haben wir irgendwas? Spielautomaten. Die müssen wir auch noch mal probieren. Jetzt mit dem Geld. Das fällt mir auch noch ein. So. Familienporträt. Eine große, glückliche Familie. Ähm. Wir drücken mal wie immer. Die Bilder. Aber da ist nix. Schreibmaschine. Haben wir irgendwas, was wir da einspannen können? Den Hamster. Ne. Wir haben noch ein Manuskript. Aber. Hm. Da ist eine Luke. Und. Okay. Die fleischfressende Pflanze versperrt möglicherweise den Weg hier hoch. Ein Farbfleck. Da ist überall Farbe auf der Wand. Wir haben den Hamster noch, ne? Nein, du darfst mir nichts ins Ohr flüstern. Kann ich die nehmen? Ne. Kannst du nicht. Kann man mit der reden? Kann man auch nicht. Ähm. Wir geben mal den Hamster. Der. Der Pflanze. Geht nicht. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Doch, gib. Oder? Das gibt nicht. Also da sind die Türschützer hier aber aktiv gewesen. Was hat denn das mit dem Farbfleck zu tun? Merkwürdig. Ich benutze mal das Wasser damit. Passiert nichts. Benutze Wasser mit. Eieiei. Okay. Alles klar. Dafür brauchen wir das radioaktive Wasser. Jetzt ist sie größer. Okay. Und jetzt kann man vielleicht daran hochklettern. Allerdings müssen wir sie erst beruhigen. Dann muss Benutzen nicht geben. Geht aber nicht. Jawoll. Strike. Ich könnte an ihr hinaufklettern. Ja, hervorragend, Leute. Hat sie eben nochmal geschnappt? Was ist jetzt? Ja, dann klette doch hoch. Ähm. Wie geht denn das jetzt? Ah, so. Alles klar. Ja, cool. Sehr geil. Wir sind da hochgekommen. Oh ja, Kürtelke. Das war ein Spoiler. Bu, bu, bu. Aber ich hab's ja ohne ihn hinbekommen. Gut, sie hat gerübst. Alles klar. Schwamm. Schwamm mit dem, mit der Farbe. Das ist auch noch ein cooler Hinweis. Wisst ihr was? Das machen wir gleich mal. Ach so, den Schwamm. Den Schwamm hat er. Ey, dann machen wir das nicht. Kommen wir später noch drauf zurück. Oder? Das könnte jetzt irgendwie relevant werden, ne? Shit. Okay, jetzt muss ich ganz nach oben. Um den Schwamm da hinzubringen. Ja, langsam kennt man den Weg, ne? Äh, waren wir hier? Ja. 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 Nee, geht auch nicht. War aber eine gute Idee. Schade. Okay, gut. Dann machen wir oben weiter. So. Ja, Kürtelke, natürlich ist das nicht so weit hergeholt. Aber du weißt es einfach. Und deswegen ist es dann doch ein Spoiler. So, was haben wir hier? Ein wirklich starkes Teleskop. Okay, der ist auf den Baum gerichtet. Ist das der Baum dort im Vorgarten? Hm. Astronomische Karte. Sie zeigt die Bahn eines Meteors, der die Erde trifft. Was haben wir hier? Kontrolltafel. Münzschlitz. Oh nein. Ich lache mich tot. Rechter Knopf. Linker Knopf. Okay, alles klar. Wir können also jetzt die Münzen nutzen, um das Ding zu bewegen. Ich würde mal sagen, wir speichern nochmal. Bevor wir jetzt, möglicherweise sind die Münzen dann alle. Gut, benutze 10 Cent mit Münzschlitz. Okay. Wir haben ihn jetzt einmal nach rechts gedreht. Das ist schon lustig. Müssen wir jetzt jedes Mal eine Münze einwerfen? Tatsächlich. Das ist gut. Achso, ich muss erst drehen, ja. Okay. Äh. Ist das irgendwie von Bedeutung? Hoch und runter geht der auf dem An. Ich gehe nur rechts und links. Wo ist das denn bitte? Warte mal, wir schauen da durch. Ah, warte mal. Das könnte nochmal wichtig werden. Das, das könnte ich mir vorstellen. Falls da mal irgendwas passiert. Das könnte irgendwo in einem Raum sein. Wo ein Spiegel ist und eine Spinne runterhängt. Hm. Insofern, ich glaube, ich werde danach nochmal neu laden. Falls wir jetzt nichts ergiebiges haben. Damit wir die Münzen zurückbekommen. Sonst ist das doof jetzt. Ich benutze aber nochmal weiter Münzen. Äh, okay. Achso. Das war zweimal in die Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt zweimal die Münzen nutze, komme ich eigentlich nur in die Ausgangssituation zurück. Achso, dann wollen wir ja noch spielen mit den Münzen. Ich gucke mal, ob das jetzt stimmt. Tatsächlich. Er ist wieder da. Okay, Leute. Dann mache ich mal folgendes. Ich lade jetzt mal den Spielstand. Und drehe mal jetzt in die andere Richtung. Wie geil ist das denn? Sehr schön. Okay. Gut. Und noch weiter? Ah, okay. Das ist nur eine Position. Ähm, gut. Das heißt, wir... Wir wissen jetzt, wir können zweimal rechts drehen. Und dann sehen wir irgendwie einen Spiegel und eine Spinne. Vielleicht steht da mal irgendjemand oder irgendwas. Könnte doch irgendwie von Bedeutung sein. Aber Moment. Weiß ich nicht. Der Schwamm im Keller mit der Pfütze nutzen. Mit der Schleimpfütze. Das könnte man machen, ja. Okay, wir gucken mal. Ich gucke jetzt erstmal, was der Chat in der letzten Zeit geschrieben hat. Oh Gott, meine arme Zigarre. Ich merke schon, Adventure und Zigarre ist gar nicht gut. Okay. Okay. Gut. Oh, jetzt habe ich außerdem ein anderes Glas genommen. Na, egal. Damit wollte ich eigentlich gegentesten. Den anderen McMurra. Okay, also der Chat bestätigt, dass man hier laden offenbar sinnvoll ist. Aber auf die Idee bin ich ja selber gekommen. Okay. Insofern haben wir uns, glaube ich, jetzt nichts verbaut. Hm. Ich fülle das mal um. Der Whisky ist sehr schön. Gut. Dann. Gucken wir jetzt mal. Dann. Haben wir die Mützen noch? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal runter. Dann haben wir hier alles abgegrast, glaube ich. Ähm. Dann haben wir noch. Zwei Türen in der ersten Etage, wenn ich mich recht entsinne. Und wir können die Spielautomaten noch nutzen. Beziehungsweise mal ausprobieren. War die hier? Ja. Bedeutet vermutlich nichts, aber auf dem Plakat sind auch zwei nach rechts und einer nach links. Ah, alles klar, dann sieht man schon. Jo. Gut. Gucken wir mal. Wir. Also eigentlich jetzt spontan scheint mir ja dieser Meteor-Geschichte. Wir probieren das mal. Benutze 10 Cent mit Münzschacht. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Gut, das scheint also nicht zu funktionieren. Warum macht das keinen Sinn? Das macht doch total viel Sinn. Ne, okay. Also. Das scheint nicht zu funktionieren. Speichern, speichern, speichern. Ja, genau. Aber die Münzen funktionieren gar nicht. Insofern, ähm, zum Glück nichts geschehen. Ich kann aber trotzdem mal speichern. Auch wenn eigentlich nichts passiert ist seit da oben. Aber wir haben uns ein bisschen fortbewegt. 29, 23, 19. Schade. Ja, finde ich auch schade. So. Heinrich Barbarossa. Kein Strom. Das könnte also relevant sein. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich noch zwei Türen, die wir nicht untersucht haben. Und dann sind wir erstmal durch. Ab dann heißt es groß rumrätseln. Oder vielleicht Hilfe in Anspruch nehmen. Mal gucken. Okay. Wir haben jetzt hier noch eine Tür. Wow. Was ist das denn bitte? Ein Farb... Ah! Farbentferner. Und eine Schleimspur. Farbentferner ist gut, ja. Das wissen wir ja, wozu wir das brauchen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist der nächste... Die nächste Möglichkeit, wo wir es machen können. Und einen Pinsel haben wir. Ein alter Pinsel nehmen wir auch mit. Halt. Okay. Plastikfrüchte. Können wir auch mitnehmen. Hervorragend. Wieder neue Optionen, Leute. So. Was ist das bitte? Ein unvollendetes Gemälde. Faszinierend. Hm. Ich meinte, wir können mal spaßenshalber benutze Pinsel. Nee. Oder wir... Das ist zu. Ich öffne mal den Farbentferner. Okay, jetzt ist er geöffnet. Ha! Vielleicht kann man hier das auch wegmachen. Aha. Benutze Pinsel mit... Okay. Alles klar. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts irgendwie mehr verbaut. Auf jeden Fall funktioniert es schon mal. Wir müssen aber vermutlich dann den Pinsel nochmal benutzen. Benutze Pinsel mit Farbentferner. Okay. Getrockneter lila Schleim. Können wir... Bei Schleim war jetzt wieder die Sache mit dem... Mit dem Schwamm, ne? Kiste. Oh, wir haben wieder eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Kann er wieder nicht öffnen. Okay. Es fehlt diverse Sachen. Also, wir haben jetzt schon Kofferraum und eine Kiste noch. So. Was haben wir hier drüben? Eine Zeichnung. Das macht mir Angst. Ja, das kann ich verstehen. Kann man nicht nehmen. Drücken. Bewegen geht auch nicht. Ziehen geht auch nicht. Die Kiste können wir auch nochmal bewegen. Auch nicht. So, ja. Jetzt hätten wir vielleicht doch... Ist doch besser, wenn alle irgendwas zusammen haben. Den Schwamm in der Nähe haben können. Und mit dem trockenen... Es wird ja so betont, dass da trockener Schleim ist. Vielleicht kann man da noch was machen. Vielleicht klebt der Schleim... Verklebt der Schleim die Kiste. Das wäre eine Möglichkeit. Gehen wir runter, bitte. Ja. Ja, das... Der Platz, wo das Teleskop ausgerechnet war, war das... Aber ich sehe hier diese kleine Spinne nicht. Insofern glaube ich das nicht. So, warte mal. Benutze Schwamm mit Wasser mit... Getrockneten... Besser nicht. Will er nicht machen. Wisst ihr was? Wir geben das Ding mal an ihn. Dann kann er hier durch die Gegend laufen. Okay. Hm. Kann man eigentlich auch den Schwamm... Benutze Schwamm mit... Farbentferner. Nee, das funktioniert nicht. Gut. Haben wir noch was übersehen hier? Gucke in den Chat. Das war Kunst. Genau. Wo ist Bob Ross? Farbentferner war auch Aktionskunst. So ist es. Ja, wir können mal reden, wo wir beide hier zusammen haben. Das ist sehr schön, ja. Was hat dieser lila Schleim zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht wissen. Äh, was Schwamm mit Hamster? Von mir aus... Versuchen wir das mal. Das macht keinen Sinn. Nee, Hamster ist nicht in Pflanze. Der Hamster ist noch hier. Okay, gut. Also, was wir jetzt wissen... Wir haben den Farbentfer... Wir laufen jetzt, denke ich mal, erstmal wieder hoch. Oder nee, wo wir hier unten sind, werden wir die andere Tür aufmachen. Aber wir müssen uns merken. Farbentferner auf die Wand. Das ist der nächste... Sache, wo es weitergehen könnte. Ey, hier ist der Plattenspieler, Leute. Strike. Und da ist das Kassetten-Ding. Haben wir die Kassette noch dabei? Jawohl. Sehr geil. Gut. Sehr cool. Das nächste Rätsel könnte gelöst werden. Klavier. Faszinierend. Vase. Zerbrechlich aussehende Vase. Nehmen wir. Lieber nicht. Offenbar ist sie eine teure Antiquität. Na, großartig. So, was ist... Blutflecken oder Ketchupflecken? An der Wand. Sehr cool. Hier haben wir noch eine Platte. Das ist aber vermutlich nicht die, die wir haben wollen. Wir wollen ja diese laute, schräge Musik haben. Deswegen, glaube ich, ziehen wir das direkt mal durch, ne? Benutze Platte mit Grabophon. So. Benutze Kassette mit Kassettenrekorder. Benutze Kassettenrekorder. Oh, er nimmt auf. Sehr gut. Und jetzt benutze Kramophon. Oh, die Vase ist der Platz. Das ist ein Hinweis. Ja, sehr geil. Sehr geil, Leute. So, das müsste eigentlich schon reichen, ne? Wir haben's. Wir haben's. Okay, Aufnahme abgebrochen. Das müsste aber reichen, oder? Nimm Kassette. Nimm Kassette. Nimm Kassette. Spiel grün mal die Aufnahmen vor. Ja, das machen wir später noch. Erstmal machen wir das, was wir eigentlich wollen. Wir nehmen aber mal auch diese alte Platte. Benutze Platte. Die hören wir uns auch mal an. Ach, das macht keinen Sinn, plötzlich. Die alte Platte macht keinen Sinn. Haben wir die andere Platte noch? Ach so, weil die noch draufliegt. Ah, ja. Nimm Schaltplatte. Alles klar. Alte, normale. Benutze. Alte Platte. Okay. Ich hör nichts. Ah, doch. Klassische Musik. Haha. Cool. Ah, sehr schön. Ach, großartig. Ich liebe das Spiel. Zurückspulen. Oh, ich hoffe nicht, dass das auch noch simuliert wird. Ja, als nächstes er leuchtet ja dran, aber wir gucken erst mal den Raum ab, ne? Razer kann Klavier spielen? Cool. Machen wir das? Hm, wir probieren es jetzt mal nicht aus. Okay. Ich mach's mal aus. Obwohl, wir gucken jetzt mal den Rest hier an. Hallo, ihr Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Adresse ist 222. Ich bin Mark E. Ting und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Skyscraperway. Schickt es einfach an die Adresse da unten. Briefmarke nicht vergessen. Ah, das ist die Lösung. Ah, ich vermute, das ist die Razer-Lösung. Wo wir mit Razer irgendwas aufnehmen können, an die Adresse schicken können, mit der Briefmarke. Könnte ich mir vermuten. Das haben wir uns verbaut, weil wir das Paket nicht genommen haben. Könnte das sein? Hier ist ein Lautsprecher. Der vermutlich damit verbunden ist. Mark E. Ting. Ja, Wortspiel gefunden. Das ist die Musik von Loom. Aha. Kruxel schreibt, könnte sein, ja. Sehr schön. Okay. Gut. Dann schalten wir das Ding jetzt mal aus. Nehmen die Sicherheitshalber mit. Vielleicht hat das ja noch eine Relevanz. Und dann würde ich sagen, falls euch nicht noch was in diesem Raum einfällt, werden wir jetzt runtergehen und den Kristallläuter sprengen. Und da haben wir einen Schlüssel und dann haben wir wieder den nächsten Raum. Sind wir also weitergekommen. Das ist ja das große Ziel hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Benutze Kassette mit Kassettenspiegler. Jawohl. Okay, reicht glaube ich, ne. Der Schlüssel ist mit runtergefallen. Na, großartig. Sehr, sehr geil. Wir haben wieder einen Schlüssel. Okay, jetzt müssen wir noch die Tür dazu finden. Können wir da die Reste noch mitnehmen? Ne, kann er nicht. Voll zerbehrts Programm. Die Kiste vor dem Fernseher. Das war, glaube ich, ein Lautsprecher. So, Leute. Gut. Jetzt ist die Frage, wo passt der Schlüssel? Wir haben einen Aktenschrank, wir haben einen Medizinschrank und wir haben unten die Tür beim Reaktor. Wer ist hier am nächsten dran? Du bist draußen. Ja, komm. Dann bringen wir dich mal rein. Probieren wir erst mal die Reaktortür. Drücke. Okay. Drücke. Drücke. So, was ist der neue Rostig-Rostiger Schlüssel? Jawohl. Okay. Damit haben wir die anderen Optionen schon mal ausgeschlossen. Dann schauen wir mal. Aha. 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 Alles klar. Gut. Dann ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir gefangen werden. Ich gebe es zu, man hätte nicht laden müssen. So, vergittertes Fenster. Made in Sweden. Haha. Schwedische Gardiner. Alles klar. Das wird man hier nicht öffnen können. Kerzenhalter. Großer, leerer Kerzenhalter. Gut. Hier ist der Ort, wo die Mars-Leute gekommen sind. Ja. Ab jetzt kann ich Leute aus dem Knast holen. Insofern ist das Risiko jetzt nicht mehr so groß. Uhrenpanel war auch noch. Genau. Uhrenpendel. Aber ihr habt ja gesagt, jeder Schlüssel nur ein Schloss. So. Skelett. Ich frage mich, ob wir den kennen. Ich würde jetzt gerne so ein Skelettbein haben oder so. So, hier ist das Geheimlabor. Wir haben zwei Schlösser. Ich meine... Okay, wir haben zwei Schlösser und keinen Schlüssel mehr. Gut. Das ist jetzt also absolut... Ja. Absolut sinnlos, hier weiter, glaube ich, irgendwas rumzuprobieren. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Und was wir auch noch haben, wir haben eine Schlüsselkarte. Die jetzt aber noch keinen Hintergrund hatte, oder? Also das Nächste, was offensichtlich wir machen können, ist das mit dem Farbentferner. Ich kann nochmal den Schwamm hier benutzen. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Okay. Ach, geht doch nicht immer da hinten lang. Kann ich vielleicht mit dem Schwamm... Nee. Das kann ich auch nicht öffnen. Gut. Ich würde mal sagen, jetzt... Ja, die Frage... Die Hamsteraktion ist eigentlich jetzt eine klassische Nummer, oder? Wir probieren's mal. Wir machen's mal. Ich weiß nicht, hat das noch irgendwelche Konsequenzen? Wir haben lange nicht mehr gespeichert, Leute. 23, 34. Gut. Hamster mit dem Generator. Die Karte mit der Labortür. Ich meine, da sind zwei riesige Schlüssel dran. Wieso sollte das da funktionieren? Klar muss ich die Labortür öffnen. So, Leute. Wir machen das mal. Also. Öffne Mikrowelle. Das muss jetzt einfach sein. Benutze... Hamster mit Mikrowelle. Wie ekelhaft. Macht er es nicht? In welchem Spiel ging das? Okay. Alles klar. Geht also nicht. Gut. Sowas machen nur die Bösenrocke. Ach so. Alles klar. Vielleicht Razor. Für den Hamster hat das schon Konsequenzen. Razor tut es. Okay. Alles klar. Dann lassen wir Razor das tun, oder? Es war noch gar nicht offen. Das sagst du immer. So. Dann gucken wir mal. Gib Hamster an Razor. Oh, wie süß. Sehr schön. So. Benutze Hamster mit Mikrowelle. Jawohl. Oh Gott. Verdammt, Leute. Schließe Mikrowelle. Oh nein. Und jetzt benutze Mikrowelle. Es hat Bing gemacht. Oh nein. Wie gemein. Oh. Wollen wir neu laden? Ja. Na komm. Warte mal. Wir öffnen mal kurz. Mal sehen, was da passiert. Geht zugekocht. Wie? Ich kann mit dem reden? Dazu ist es zu spät. Sehr schön. Ja, komm. Ja, komm. So, Leute. Wollen wir neu laden, oder wollen wir das so lassen? Okay. Gürtig gesagt, Add geben. Laden, nachdem man das Add gegeben hat. Ja, aber warte mal. Add, add, äh, schnappt uns doch gleich, oder? Laden, aber nice. Ähm, komm. Komm, wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind. Add geben. Laden, nachdem man das Add gegeben hat. Okay, wir gucken mal, was, was, was mit Add passiert. Kann man da reingehen und dann geben, während er... Add gehörte, der Hamster. Okay, wir testen es mal, Leute. Ähm, bloß dann muss ich hier ganz schnell sein, oder? Warte mal, ich hab ne... Ich hab aber einen Shortcut. Gib die. Ach, ne, das war die falsche. Verdammt. Okay, das war blöd. Das war ja sie. Ja, gut, wir können sie jetzt befreien. Das ist kein Thema. Aber, ja, Add, wo ist ein Add am Start? Add, den haben wir doch eigentlich getroffen, oder? Ach so, der Doktor. Ach, nee, der, ach, die, der immer zur, zur... zur Tür geht mit dem Paket. Meint ihr den? Ja, okay, das war jetzt Mist. Falsche Tür. Add ist eine weite rechts. Na gut, wir haben den Schlüssel. Komm, das ziehen wir jetzt doch noch durch. Das ziehen wir jetzt doch noch durch. Wir gehen dafür, aber müssen wir... Oh, wie aufwendig, Leute. Wie aufwendig. Ey, ist gar nicht so aufwendig. Komm, das müssen wir jetzt machen. So, nochmal. Also drücke. Zack. So viel Zeit muss sein. Ja. Okay. Jetzt kannst du raus. Sehr schön. Prima. Und jetzt nochmal die Nummer. Und jetzt die richtige Tür erwischen. und schnell sein. Und dann werden wir vermutlich neu laden. So, und wieder hochlatschen. Falls ich es hinkriege, so schnell das zu machen. Die Tür ist es so. Und das mache ich mit D. Genau. Okay. Nein, danke. Halt, was ist das? Das sind Fellreste von meinem Hamster. Oh, nein. Was hast du getan? Arg. Was ist denn das für ein Paket jetzt, Leute? Okay, das kommt uns jetzt noch mal an, das Paket. Und dann laden wir. Wie war... Man kann zu ihr wechseln... Man kann zu ihr als Paket wechseln. Das ist ja geil. Sehr schön. So, komm. Das Paket müssen wir jetzt... Das ist ihr Inventar. Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Wie, das kann man nicht öffnen. Ja, das war vermutlich ihr Inventar. Endlich sind wir ihn los. Was? Ihn? Gut. Oder nein? Oder hat... Ist das der... Ist das der Grabstein vom Hamster jetzt? Oder von ihr? Jetzt muss doch ihr Grabstein sein, oder? Ja. Okay, im Original war das Inventar dann weg. Und das Spiel meist nicht mehr lösbar. Ah, cool. Sehr schön. Gut, haben wir das einmal gesehen. Aber jetzt lassen wir die Hamster-Aktion. Und machen jetzt das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Nämlich oben diese Farbe abmachen. Sehr cool. Sehr cool. So. Das war, glaube ich, hier im letzten Zimmer. Ja, hör auf zu rüpsen. Benutze Pinsel mit Farbfleck. Ah, da ist noch eine Tür. Wie cool. Dieses Lampenzeug ist auch immer geil. Also, dass man... Das ist wirklich gut gemacht. So. Drähte. Ah, okay. Hier kann man Strom irgendwie verbinden. Vielleicht funktionieren dann die Maschinen dann wieder. Die Spielmaschinen. Ein paar kaputte Drähte. Vernageltes Fenster. Das musste wohl schnell gehen. Gut, wir müssen die Drähte irgendwie überbrücken. Wir versuchen jetzt mal, vielleicht hier noch irgendwas zu bekommen. Ziehe. Nimm. Die Bretter geben nicht nach. Das ist das Fenster vom Teleskop. Woher seht ihr das? Ich sehe aber... Hm. Bisschen merkwürdig. Bernhard. Ja, die Frage ist, haben wir schon irgendwas? Ich meinte, wir müssen ja trotzdem irgendwas... Okay, vielleicht kann Bernhard das einfach so machen. Versuchen wir es mal. Erstmal, wir holen wir Bernhard da hoch. Ja. Wir können uns ja auch noch unterhalten darüber und sowas alles. Sehr schön. Okay, Bernhard. Guck dir es mal an. Ein paar kaputte Drähte. Besser nicht. Besser nicht. Wir reden mal miteinander. Diese kaputten Drähte können gefährlich sein. Vor allem, wenn der Strom an ist. Ja, danke. Danke für diese tolle Hinweise. So, wir müssen das vielleicht irgendwie überbrücken oder isolieren. Mit den Taschen am Schlüssel. Mit dem Hamster vielleicht. Mit einer Münze. Das ist alles irgendwie nicht so richtig passend, oder? Ich würde mal sagen, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir ein bisschen was ausprobieren müssen. Strom ausschalten im Keller. Ja, stimmt. Natürlich, der Hinweis ist super. Ja, 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 ja. Alles klar. Ja, ihr seid gut. Danke. So, gut. Dann drücken wir mal wieder. Und einer muss runter. Und zwar wirst du das denn sein. Ich hoffe, das Problem ist jetzt, braucht er irgendwas aus dem Invertar. Ne, also Drähte müsste man eigentlich mit der Hand zusammennudeln können, ne? Das wäre jetzt bitter, wenn wir jetzt wieder hochlaufen müssten. Aber wir sehen was, wir speichern mal. Im Zweifel können wir dann einfach neu laden. 2345. Ähm, Taschenlampe. Mit der Münze überbrücken. Ja, Taschenlampe ist aber nochmal ein guter Hinweis. Vielleicht braucht er die. Ich gehe nochmal schnell zurück. Sicher ist sicher. So, gib Taschenlampe an Bernhard. Ja, und vielleicht, ich weiß nicht, mit Münze überbrücken. Äh, das kann man ja auch mit der Hand zusammendüdeln. Wenn man Licht hat, geht das, oder? Medizinschrank können wir noch nicht öffnen. Isolierkäse haben wir nicht. Plastikfrüchte. So. Ach, ich glaube, er kriegt das mit der Hand hin, Leute. Wir machen das jetzt mal so. Hauptsache, er braucht da unten nicht die Taschenlampe. Den Hamster zum Überbrücken. Ja, die Idee hatte ich auch schon mal. Sehr professionell mit dem nassen Schwamm. Gut. Okay, Leute. Dann geht's jetzt los. Dann benutzen wir den Hauptschalter. Müssen jetzt schnell sein. Äh, warte mal. Ah ne, das bringt nichts, ne? Ja, kannst du die bitte präparieren? Benutze. Besser nicht. Hallo? Äh, benutze Zens. Schau. Was hier? Drücke. Schließe. Okay, also wir müssen irgendwas benutzen. Hm. Doof. Doof, 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 doof. Bloß was? Ich meine, jetzt müssen wir wild durchprobieren. Hm. Was könnte man noch? Ich meine, das Blöde, was mir einfällt, ist jetzt komplett zu laden. Ihm alles zu geben. Und dann alles durchzuprobieren. Klar, irgendwann wird der Alarm ablaufen, dann, dann geht's nicht mehr. So, warte mal. Wir laden mal und, pff, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Geh noch mal rüber hier. Mit dem Hamster kann man einmal alle Rätsel lösen. Genau. Hm. Hm. Der Hamster ist das Universalwerkzeug. Aber wir haben... Warte mal. Also ich... Den Hamster schließe ich jetzt eigentlich mal aus. Gibt's... Es gibt Sachen, die man ausschließen kann. Ich meine, Glas zum Verbinden ist doch alles Schwachsinn. Schwamm mit Wasser zum Verbinden. Mit dem Schwamm die Tafel putzen. Passendes Werkzeug wäre hilfreich. Ja. Hm. Na klar. Das ist so. Okay, also... Gut, die Frage ist jetzt... Vielleicht können wir ein bisschen abkürzen, liebe Leute, die ihr das kennt. Was meint ihr? Haben wir die Materialien, um das zu lösen? Das könnt ihr vielleicht mal den Hinweis geben. Dann beginnen wir erstmal vielleicht die große Suche. Es gibt noch einen Durchgang, wo du noch nicht drin warst, den du aber öffnen kannst. Okay. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, beginnt jetzt die Phase, wo wir die Räume checken. Und ihr schreit auf, wenn ich irgendwas... Wenn ich irgendwas übersehen habe, was man noch prüfen kann. Ich werde jetzt noch nicht... Es ist noch nicht die Phase, wo ich alles mit allem probiere. Das ist bei diesem Spiel auch ein bisschen hart. Wir gehen nochmal nach oben. Ob hier noch irgendwas war? Okay. Ne, nehmt mir nochmal keinen Raum. Lass uns erstmal durch alle Räume nochmal gehen. Wenn ich da nicht weiterkomme, könnt ihr mir den nächsten Tipp geben, okay? So, hier konnten wir ja rein. Okay. Hier war diese Nummer. Playboy-Kalender. Das ist eine ganz gute Erinnerung, nochmal überall reinzugehen. Einen Raum haben wir noch nicht, sagt ihr. Gut. Spiegel. Also jetzt sind vor allem mal die gefragt, die das Spiel nicht kennen, ob ihr noch was seht, was von Relevanz ist. Ne, die Schalter machen nichts. Nochmal trainieren lassen, meint ihr? Na gut. Wird er dazu übermenschen? Er hat genug, sagt er. Okay. Antenne ist nicht zu nehmen. Playboy-Kalender hatten wir gecheckt. Okay, alles klar. Der Raum. Hier kommen wir nicht rein. Beziehungsweise da hatten wir schon alles, wie ihr gesagt habt. Hier kommen wir nicht rein. Da müssen wir erst das Telefon starten. Das ist eine Sache, die jetzt noch wirklich fehlt. Das Telefon. Was das soll, wissen wir. Hier oben. Wir könnten hier nochmal spaßenshalber die Kassette einlegen. Das ist auch nochmal lustig. Mal gucken, was er dazu sagt. Der Tentakel brummft Schrei. Sehr schön. Okay. Ich glaube, nach dieser Aktion haben wir eh nichts mehr. Das ist so geil. Ich glaube, wir haben jetzt eh nichts mehr verpasst. Diese ganze Sache mit dem Strom. Das hatten wir eh ausgeschlossen. Ich gehe doch mal kurz gucken, ob da noch was anderes war. So. Okay, warte mal. Habe ich hier noch was übersehen? Blinker, Lautsprecher, Poster. Ich meine, wir könnten ihm... Wir könnten nochmal die... Oh! Oh, Leute! Was geht denn hier ab? Gelber Schlüssel! Ein Autoschlüssel! Yeah, Strike! Ist doch viel befriedigend, wenn man das selber findet. Roberta, ein Konzert? Was soll uns das sagen? Ich liebe ihre Lieder. Ganz besonders... Killing me repeatedly. Okay. Sehr schön. Ja, ja, klar. Wir schauen in den Kofferraum als nächstes. Wir merken uns aber, wir werden sicher noch öfter an die Stelle kommen. Wo wir nochmal alles durchchecken. Bis hier sind wir gekommen. So, vielleicht gibt es da Werkzeug im Kofferraum. Dann könnte die Sache auch erledigt sein. Okay, runter. Puh! Die klassische Musik können wir auch nochmal aufnehmen. Das ist in der Tat nochmal eine Möglichkeit. Sie steht hier eigentlich auch ein bisschen doof rum, ne? Komm, geh mal wieder in die Bibliothek. So. Achso, da fällt mir ein, das Fenster ist ja auch gebrochen. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Also, das waren wir, ja. Nimm. Benutze. Öffne. Drücke. Okay. Gut. Jetzt also. Autotür. Anlehnung an Roberta Williams von Sierra. Ich laufe, ich laufe jedes Mal an der Treppe vorbei. Ich habe noch eine Treppe übersehen. Ja, die Bücher haben wir alle gecheckt. Ah, okay. Könnte sein, dass, da ist noch eine Treppe. Ah. Gut zu wissen. Aber wir haben erstmal den Autoschlüssel. So. Benutze gelber Schlüssel mit Kofferraum. Strike. Und was ist da? Ein, ein Werkzeug. Ja, wunderbar. Das wär's doch. Ähm. Wir schauen uns das mal kurz an. Eine Werkzeugkiste. Genau das, was wir brauchten. Okay. Können wir nicht öffnen, aber können wir benutzen, wenn der Strom ausgeschaltet ist. Vielleicht kann er das ja sogar machen. Beziehungsweise. Naja, wir müssen dann eh hoch. Eben war von irgendwas von der Treppe die Rede. Abgeschlossener Werkzeugkopf. Ja, das wäre noch zu geil, dass wir dafür auch noch einen Schlüssel suchen müssten. So, ich laufe jedes Mal an der Treppe vorbei, sagt er. Wo ist er eigentlich jetzt? Ach so, er ist da oben. Was für eine Treppe denn noch? Hm. Na gut. Ähm. So. Bäh. Jetzt muss einer runter. Ich würde mal sagen, wir geben ihm jetzt das Werkzeug. Gib Werkzeug an Bernhard. Und dann laufen wir runter. Bernhard kann sich da schon mal hinstellen. Stehen wir schon an Ort und Stelle. Okay, das ist jetzt das Nächste. Und dann sagt er, ich habe noch einen Ort übersehen. Aber da kümmern wir uns später drum. Geht's hier noch weiter? Nee. 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 Ich habe noch zwei Orte übersehen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Wir wollen runter. Ach so, wir haben sie wieder. Ah Gott, ja. Naja. Machen wir erstmal, was wir kennen. Ist ja auch amüsant, wenn man jemandem zuguckt, wie er irgendwas nicht findet. Okay, dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal wieder speichern. 23,58. Und benutzen das Ding. Benutze Werkzeug mit Drähte. Okay. Er hat doch gesagt, es ist ziemlich dunkel, aber es sollte klappen. Aber es sieht immer noch so aus. Vielleicht müssen wir diese scheiß Taschenlampe noch anmachen. Aber wieso hat er das gesagt? Es sollte klappen. Hm. So benutzt man kein Werkzeug? Warte mal. Öffne Werkzeug. Ach, scheiße. Jetzt erzähl mir nicht, dass diese Sache noch aufzumachen ist. Nein, wie frustrierend. Hm. So. Ja, jetzt die Frage. Liegt es jetzt daran, dass die Werkzeugkiste nicht aufgeht? Oder liegt es jetzt an der blöden Taschenlampe? Oh nee, ne? Müssen wir nochmal hochlaufen? Bitte. Muss das sein? Okay. Okay. Um einen Weg zu ersparen, ähm, frage ich jetzt mal die Kenner. Liegt es an der Taschenlampe? Das ist nur ein unpassender Kommentar beim Öffnen. Ah, okay. Okay, nee, er hat die Taschenlampe nicht. Gut. Dann scheint es an der Taschenlampe zu gehen. An der Kiste liegt es nicht. Immerhin das. Gut. Dann versuchen wir es mal mit der Taschenlampe. Ja, Leute, tut mir leid. Nochmal hoch den Kram. Das ist ja zumindest beruhigend, dass es an der Werkzeugkiste nicht liegt. Ja, das stimmt. Früher waren die Games nicht casual. Ja, heute wird man da echt irgendwie ungeduldig, ne? Du stehst hier. Gib. So. Nein. Also gut, versuchen wir das nochmal. Gehen nochmal runter. Speichern, glaube ich, sogar nochmal. Und dann hoffen wir mal, dass das besser klappt. Die Werkzeugkaste hat sich verschworen, ja. Nicht die Werkzeugkiste, die Werkzeugkaste. So. Ich hoffe, sie steht da noch brav und hält uns die Tür auf. Jawohl. Mit der Frau ausschalten geht nicht, weil... Einer muss eh unten stehen, weil die Tür sonst zugeht. Razor muss da stehen bleiben. Okay, wisst ihr was? Ich speichere einfach nochmal hier drüber. Über den Spielstand drüber. Ganz böse. Und dann versuche ich es nochmal. Benutze Hauptschalter. Benutze Taschenlampe. Benutze Werkzeug mit Drähten. Wollte mich verarschen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt nochmal eine Frage an die, die das Spiel können. Ist das... Ist das jetzt Absicht gewesen? Oder geht wirklich nach einem bestimmten Zeitpunkt... Gehen da die Batterien alle aus? Das ist zeitabhängig. Das heißt, wir haben jetzt echt Pech gehabt. Wir haben jetzt echt Pech gehabt. Voll er sagt Absicht. Okay, der Chat ist jetzt unterschiedlicher Meinung. Ich würde nicht ausschließen, das ist Absichtbar. Ich brauche nur andere Batterien und die gibt es irgendwo. Na ja. Das ist ja ziemlich abgefahren, was das jetzt in diesem Moment passiert ist. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, suchen wir weiter die Räume ab und gucken, was ich noch übersehen habe. Wo wir jetzt hier schon mal unten sind, fangen wir unten an. Und wenn ich das jetzt nicht finde, dann könnt ihr mir dann irgendwann mal einen Tipp geben. Aber erstmal gucken wir nochmal jeden Raum ab und checken so ein bisschen. Kerzenhalter, vergitterte Fenster. Habe ich gecheckt. Wir öffnen... Das haben wir gar nicht mal gemacht. Ja, das lässt sich natürlich nicht öffnen, ist klar. Geheimlabor, blablabla. Gut. Nochmal ganz schnell probieren, wäre noch eine Möglichkeit. Kalt müsst ihr jetzt nicht sagen. Ich suche jetzt eh jeden Raum ab. So, hier gibt es jetzt keine neuen Erkenntnisse. Ja, war ein komischer Zufall, der Zeitpunkt. Okay. So, hier... Zwei Räume habe ich übersehen. Das ist interessant. So, ich gehe hier nochmal rein. Das kennen wir eigentlich alles. Hier ist oben immer noch die Treppe. Da will er nicht hoch. Möglicherweise traut sie... Traut Racer sicher mehr zu. Die ist nicht so ein Weichei vielleicht. Ich will nicht. Okay. So, hier wird schon angefangen, zu spoilern, sehe ich gerade. Aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Hier hinten ist nichts. Der Unterschied, wie bei Gatwin Mod ist, dass, wenn ich es selber beim Suchen selber finde, ist das Gefühl natürlich weitaus befriedigender und spaßiger, als wenn ich irgendwas mache, was ihr mir sagt. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen spoilern und nicht spoilern. So. Wir sind unten. Wir gehen nochmal raus. Wir haben immer noch das Gitter. Können wir das jetzt öffnen? Haben wir irgendwas zum Öffnen? Wieso geht das jetzt auf? Okay. Alles klar. Ach so, weil er stark ist. Er ist jetzt stark, kann das öffnen. Alles klar. Cool. Das Telefon reparieren mit dem Werkzeug. Das ist auch nochmal eine Idee. So. Diverse Rohre. Hier führt eins hoch. Gehe zu Pfütze mitentwickeln. Ah! Hier ist das durchgelaufen. Aus dem Gitter. Was wir da ab... Aha, sehr cool. Ich kriege es so nicht. Vielleicht mit dem Schwamm. Benutze Schwamm mit Pfütze mitentwickler. Hat das jetzt geklappt? Okay. Der Schwamm ist jetzt ohne Wasser. Aber wir haben das Wasser jetzt ins Glas getan. Hm. Benutze Schwamm mit... Das geht. Okay. Jetzt haben wir Entwicklerflüssigkeit im Schwamm. Aber Glas im Wasser. Können wir das vielleicht einfach trinken? Das ist ja bescheuert. Na gut. Auf jeden Fall haben wir das. So. Was haben wir hier? Ein Haupthahn. Oh. Oh. Das könnte aber die Kühlung des Kernreaktors beeinflussen. Ich würde mal sagen, wir speichern an dieser Stelle mal. 0 Uhr 8. Also... Oh. Wir haben alle speichern. Ne. Stimmt nicht. Für die, die es wissen wollen, ich werde bis circa gegen 1 spielen. Bin mir sicher, dass wir es nicht heute durchkriegen. Aber wenn ihr meint, werden wir es auch das nächste Mal weiterspielen. Mal gucken, was der Haupthahn bringt. Hm. Okay. Alarm. Oh nein. Ah, der Pool. Doch, der Pool. Sehr gut. Jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn das Budget so klein ist? Ah, er will die Welt übernehmen. Interessant. Wir haben ja diese billige Ausrüstung. Junge, wird der Meteor sauer sein. Tentakel stillgestanden. Ja, Sir. Dr. Fred, Sir. Pupo-Tentakel zu Befehl, Sir. Schnell, überprüfe den Reaktor. Jawohl, Sir. Okay. Äh, nützt uns das irgendwie was? Warte mal. Ist jemand da in der Nähe? Nee. Zum Reaktor jetzt zu gehen, ist Quatsch. Gut, wir wissen aber, dass wir die Lila-Tentakel auf diese Art und Weise weglocken können. Hm. Hier ist niemand. Was passiert jetzt? Aber so... Ah, warte mal. So kann man schnell... Äh, man muss jemanden beim Pool positionieren. Vermute ich mal. Wer ist denn hier dran? Wir laufen das mal. Ansonsten laden wir. Dann können wir das Zeug aus dem Pool holen. Das ist auf jeden Fall jetzt ein... Weg. Das ist die Frage, was Tentakel macht, wenn man ihn trifft. Hier ging es auch zu Pool, oder? Jawohl. Sehr schön. Das Haus und alles in zehn Kilometern im Umkreis sind in einer gewaltigen Explosion zerstört worden. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Okay, dann machen wir es mal ein bisschen cleverer und positionieren uns vorher dahin. Ob das das gute Ende war? Ja, das ist die richtige Frage in dem Zusammenhang. So, okay, da stehen wir bereit. Die Frage ist, ob man auch die Leiter mitnehmen kann. Aber was wollen wir eigentlich mit dem Radio? Vielleicht können wir mit dem Radio irgendwie das Telefon reparieren oder irgendwie so ein Quatsch. So, der Doktor hat in dem Ende nicht die Weltherrschaft übernommen. Reicht das nicht? Ja, genau. Könnte man so argumentieren. Okay, Leute. Also, wir öffnen das Ding nochmal. Beziehungsweise, wir speichern einfach nochmal den Punkt. Okay. Und öffnen Haupttagen. So, jetzt erleben wir bestimmt gleich eine Zwischensequenz. Ah, cool. Nimm Radio. So, jetzt kommt der Kram. Kann man das abbrechen? Ja, kann man. Alles nehmen, was nicht mit dem Nagel fest ist. Ich klicke das weg, ne? Nur, dass ihr euch nicht wundert. So, jetzt schnell. Nimm. Leuchtender Schlüssel. Sehr geil, wir haben neuen Schlüssel. Kann man den Poolstuhl auch nehmen? Nein. Was ist das denn hier alles? Kühlstäbe. Roter Knopf. Radioaktiver Schleim. Wir drücken nochmal den Knopf. Äh, drücke... Knopf. Knopf. Boah, sehr geil. Okay. Soweit dazu. Zum Glück habe ich im richtigen Moment gespeichert. Sehr geil. Okay, gut. Ja, komm. Geh da runter jetzt. Kann man das Gitter irgendwie noch... Ne, das Gitter zu öffnen ist auch Quatsch, ne? So, Schlüssel. Ähm, benutze Abfluss. Ne, das ist Quatsch. So, Kühlstäbe. Schauen wir uns an. Radioaktive Kühlstäbe. Die zu nehmen wäre Quatsch. Mit dem Schleim ist vielleicht noch irgendwas. Was passiert eigentlich, wenn man das Wasser reinlässt, während sie noch drin ist? Das wäre auch noch eine coole Idee. Aber das müssen wir jetzt nicht ausprobieren. Okay. So. Ähm. Benutze Haupttarn. Äh, kannst du den auch schließen? Achso, schließe, ja. Okay. Puh. Gut, Leute. Ich meine, wir sind ja im Zweifel... Wir wissen ja im Zweifel, dass man wieder runter kann. Wir haben auf jeden Fall neue Sachen. Nämlich einen leuchtenden Schlüssel. Und ein Radio. Das ist doch schön. So. Okay, warte mal. Kofferraum kann ich streichen. Tür beim Reaktor. Okay. Wir haben noch einen Medizinschrank. Einen Aktenschrank. Eine Kiste. Die kann man bestimmt nicht mit dem Schlüssel öffnen. Und diesen Uhrenpendel. Wobei ich inzwischen gar nicht mehr weiß, wozu wir... Falls das aufgeht. Ja. Und das Radio wird sicher... ...au noch relevant sein. Ah, haha. Batterien. Geil. Hightech-Funkgerät. Ja, super. Super gut. Okay. Dann müssen wir jetzt schon langsam überlegen, was wir zuerst machen. Kernstäbe im Pool. Schöne Idee übrigens, ja. So, die Tür im Keller. Die ist doch schon auf. Achso, die... Ja, stimmt. Wir haben die... ...Gefängnistür da unten. Das ist richtig. Die ist natürlich auch noch potenziell möglich. Wir gehen erstmal hier noch weiter. Vielleicht finden wir hier noch was Nettes. Ne, hier ist Schluss. Gut. Mal gucken. Im Zweifel. Wir wissen, da oben ist noch Schleim. Und wir haben auch das Entwicklungszeug noch. Das könnte auch noch irgendwie... ...relevant sein. Wir probieren... ...erst mal die Kellertür aus. Also die Gefängnistür. Ach, der hat das Licht ausgemacht. Das sind so nervige Details, die aber geil sind. Hier war doch irgendwo der Lichtschalter, ne? Probieren wir mal spaßenshalber aus, ob das einer der Schlüssel ist. Benutze Schlüssel mit unterem Schloss. Tatsächlich! Oh, da gehen beide Leute. Krass! Okay. Moment zum Speichern ist gekommen. Das eröffnet ja hier ganz neue Möglichkeiten. 0 Uhr 18. Eigentlich kommen wir doch ganz gut voran. So, öffne. Oh, und hier brauchen wir das Zahlenschloss. Wie cool. Äh, das Zahlenschloss, sag ich hier, diese... Bloß, da ist er dann bestimmt drin, ne? Die Schlüsselkarte. Aber wir können dann die Mars-Leute holen. Okay, jetzt wird gewechselt. Dahinter steht er doch, ne? Das heißt, reingehen sollten wir dann nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt mal einmal tauschen. Wie ist hierhin? Drücke. So, jetzt nutzen wir die Schlüsselkarte. Und dann gehen wir nicht rein und rufen die Mars-Leute an. Geht nicht. Das sieht so aus... Ich dachte jetzt echt, da bräuchte man die Schlüsselkarte. Da braucht man einen Code. Okay. Gut, dann war es nicht so. Wir brauchen also einen Code vorher. Hm. Na gut. Ich meinte, 1547 wird es sicher nicht sein. Weißt du was? Wir speichern mal kurz nochmal. Nee. Das war ja der Ätna kurz. Ich probiere es einfach mal. Nur so witzigerweise, ob irgendwas passiert, wenn man etwas Falsches macht. Nee, er wird nicht... Er wird nicht alarmiert. Okay. Gut. Das war also zu schnell gedacht. Das ist also noch nicht möglich. Kein Problem. So, jetzt haben wir aber mehrere Spuren, der wir folgen können. Wir haben jetzt erstmal die Batteriennummer. Das heißt... Ah, nee. Du musst gleich unten bleiben. Wegen des Hauptschalters. Das passt schon. Während sie hochgeht und die Batterien hinbringt. Dann machen wir jetzt erstmal die Reparatur. Schaut mal, ich mache ganz brav, was der Chat sagt, obwohl ich es gar nicht gelesen habe. Ich habe 1547 ausprobiert und ich habe vorher gespeichert. Eben war so ein komisches Gummigeräusch. So. Gib Batterien an Bernhard. Okay. Bernhard. Benutze Batterien mit Taschenlampe. Das sind die alten Batterien. Okay. Gut. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt irgendwie besser funktioniert. Ich weiß bloß nicht, ob man vorher selber die Taschenlampe benutzen muss. Aber okay. Wisst ihr was? Ich speichere gleich nochmal. Jetzt bin ich vorsichtig geworden. Ähm. 0. 21. Hauptschalter. Nein. Hier. So. Benutze Taschenlampe. Benutze Werkzeug mit Drähte. Ha. Sehr geil. Fertig. Scheiße. Ich bin aus dem Bildschirm raus. Okay. Prima. Wir haben die Drähte gepflegt. Sehr geil. Ach so. Verdammt. Ausmachen die Lampe. Wenn da ein Timer runterläuft. Okay. Jetzt haben wir Strom. Und jetzt müssen jetzt vielleicht die Spielautomaten funktionieren. Könnte sein. Das ist jetzt das nächste. Bäh. Ah. Die Drähte auch Telefondrähte. Sehr cool. Das heißt, dann können wir vielleicht Edna anrufen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Sehr, 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 sehr gut. So. Wir brauchen jetzt als nächstes die Spielautomaten. Ähm. Wo waren die gleich nochmal? Hier waren sie nicht, ne? Ne. Ah. Ich glaube, ich weiß, wo sie waren. Ja. Genau. Automat oder. Mal gucken. Ja. Hm. Jetzt brauchen wir natürlich Münzen. Das heißt, er muss wieder nach oben. Ah, ich muss, er muss eh weg da. Aber die Frage ist, ob das jetzt geht. Ich habe eher den Eindruck, wisst ihr was, wo wir jetzt hier gerade mal sind, gucken wir gleich mal zum Telefon. Vielleicht ist es das ja. Ey, das leuchtet, glaube ich, ne? Ne. Scheint kaputt zu sein. Hm. Was ist denn jetzt anders hier? Na gut, dann gehen wir hoch mit den Münzen. Hey, Davida-Tracks. Dein Lieblingsspiel aus der Kindheit. Sehr cool. Ist in der Zange im Werkzeugkatzen für das Holz für das Fenster? Auch eine interessante Frage. Ähm, müssen wir uns nochmal merken. Könnte man, könnte man sich nochmal angeschauen. So, wir sind jetzt mit den Münzen auf dem Weg zu den Spielautomaten. Ansonsten müssen wir nochmal durch jedes Zimmer gehen und gucken. Ob da durch den Strom sich irgendwas verändert hat. So. So. Sieht irgendwie nicht so aus, als ob das hier Auswirkungen hatte, ehrlich gesagt. Ne. Also der Strom muss für irgendwas anderes gewesen sein. Gab es denn irgendwas, was noch nicht strommäßig funktionierte von den Räumen? Werkzeugkasten zum Telefon. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist eine gute Idee. Das machen wir mal als nächstes. Sehr gute Idee. Genau, es kann nämlich sein, dass der Strom, also dass sozusagen das Telefon kaputt war, aber gleichzeitig keinen Strom hatte. Und wir haben jetzt erstmal die andere Lösung geklärt. Und deswegen fällt uns nicht die Veränderung auf. Ja. Dunkle Kammer ist auch noch eine Sache. Ja. So. Benutze. Ja, sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. Das funktioniert. Wunderbar. Das sollte jetzt klappen. Okay, das heißt, wir können jetzt anrufen und dann können wir in das Zimmer rein. Gut, das heißt, wir müssen erstmal hochgehen. Und es bereit machen. Das war das Zimmer. Gut, mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Dann speichern wir. 0,26. Rauchen, ich vergesse, ich rauche nachher in der Quatschstunde. Ich habe irgendwie jetzt keinen Nerv zum Rauchen. So, wir benutzen das Telefon und rufen Edna an. Und zwar 1547. 1, 5, 4, 7. Trinken kann ich tatsächlich mal machen. Und jetzt? Was? Okay. Hallo, wer ist das? Das ist ein psychischer Anruf. Ich habe vergessen zu reden. Hört sich nicht wie einer an. Ich vermisse das Gestöne. Hören Sie, ich zeige Ihnen, wie das geht. Okay, das heißt, wir können jetzt rein, während sie telefoniert? Warum kannst du das Parfum nicht nehmen? Oh. Nimm doch dieses Scheißkissen. Nein. Oh Gott, ich brauche viel zu lange. Wieso kannst du das alles nicht nehmen? Da ist ein Schlüssel, Leute. Da ist ein Schlüssel. Warum kannst du das nicht nehmen? Bist du bescheuert? Ist dein Inventar voll oder was? Oh nee, jetzt haben wir hier nicht... Oh nee. Oh nee. Ich sehe nichts. Wieso konnte er die Sachen nicht nehmen? Was ist da los? Der Schlüssel. Müssen wir sie noch weg? Müssen wir... Klappe? Ich brauche die Taschenlampe. Ich habe sie nicht. Hier ist keine Lampe oder was? Ich finde hier nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht. Haben wir jetzt ewig Zeit? Oder wie ist das? Das Blöde ist, dass Bernhard am Telefon ist. Und er hat die Lampe. Klappe. Schließe Klappe. Bildschirm zu dunkel. Mitten im Raum. Mitten im Raum. Ich finde nichts. Ich finde nichts, Leute. Ich sehe es nicht. Seht ihr das? Ich sehe keine Lampe. Muss ich den Bildschirm... Ich kann den Bildschirm jetzt nicht heller stellen. Ich sehe keine Lampe. Wo ist die Lampe, Leute? Ich sehe hier ein Scheiß-Gemälde. Beschreibt mir das. Direkt über der Klappe. In der Deckenmitte. Ah, okay. Oh Gott. Wie abgefahren. So. Gut. Den Raum haben wir zumindest gefunden. Was ist denn hier los? Ein Gemälde. Nicht gerade seine Schokoladenseite. Du kannst es nicht nehmen. Was ist denn das für ein blödes Zimmer? Das ist aber nicht der Raum, den wir mit dem Teleskop gesehen haben. Hm. Ich benutze mal den Entwicklerschwamm. Wir können mal den Farbentferner benutzen. Das wäre noch eine Sache. Nee, geht auch nicht. Oder? Spinnenzimmer. Hm. Aber wozu? Wozu können wir dieses Zimmer sehen? Ich glaube nicht, dass das ein Spinnenzimmer ist. Also zumindest sehe ich keine Spinne. Wir können die Klappe noch schließen. Ist das irgendwie hilfreich? Okay. Frage an den Chat, an den unwissenden Chat. Seht ihr noch irgendwas, was relevant sein könnte? Farbentferner. Ja, ja. Öffne Bild. Das können wir noch machen. Ja, wir probieren alles mit dem Bild nochmal. Ei, 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 ei. Alles klar. Gut. Gehe zu gekritzelter Zahl. Sehr schön. Sie ist unlesbar klein. Das ist doch das Teleskop-Ding. Leute, wir brauchen die Zahl. Alles klar. Das könnte schon die Zahl für das da unten sein. One save. Auch hier braucht man eine Nummer. Ich nehme nochmal die... Achso, wartet mal. Kann ich irgendwie nochmal zurückgehen? Ich speichere mal. An dieser Stelle. Oh, jetzt wird es langsam spannend. Das ist doch der Teleskop-Raum. Und wir können jetzt die Zahl uns angucken. 0, 0, 3, 2. So. Gut. Jetzt probieren wir das nochmal. 1, 5, 4, 7. Wobei die Zahl wird ja diese... Ne, Quatsch. Die Zahl wird das sein, was da draufsteht. Ist ja Unsinn. Wir brauchen die 1, 5, 4, 7. So, das heißt, irgendjemand mit den Münzen... Und geil, dass wir die Münzen haben. Muss jetzt da hoch. Die Frage ist, wie lange telefoniert sie? Gut. Okay, wartet mal. Ist er jetzt noch am Telefonieren? Das ist die Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben ja gespeichert, ne? Ich gehe mal runter. Ja, er ist noch am Telefonieren. Hä? Lag da nicht... Ach, das war irgendwie... War das nur ein Bild von oben? Das ist irgendwie jetzt merkwürdig. Habe ich da nicht so einen Schlüssel gesehen? Also, die Sache verwirrt mich jetzt echt. Okay, Leute. Wir müssen... Wollen wir selber gehen? Nein! Verdammt! Aber wie geil. Er hat doch den Schlüssel selbst, oder? Ah ja, okay. Den Schlüssel habe ich schon. Okay, das habe ich gar nicht gecheckt, dass der Schlüssel meiner ist. Ah, dann ist das der Medizinschraubschlüssel. Okay. Gut, Leute. Prima. Gut, dann haben wir jetzt diverse Sachen. Also, wir können jetzt den Safe knacken und wir können den Medizinschrank vermutlich öffnen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mit ihm erstmal hoch. Und... Warum laufe ich immer dahinter? Wir gehen mit ihm jetzt erstmal da hoch, öffnen den Medizinschrank, gehen dann zum Teleskop und schicken Razor... Wo ist sie eigentlich? Schicken Razor dann rein, um nochmal hochzuklettern und den Tresor dann zu öffnen. Ja, so ungefähr. Könnte Plan sein. Gut. Das heißt, als erstes zum Medizinschrank. Wo war der denn jetzt nochmal? War der hier? Ja. Nee. Dann ist das vielleicht fürs Fotolabor. Das Ding. Okay. Gut. Warte mal. Wo war das Fotolabor? War das hier hinten? Nee. Wo waren das? Bin ich da vorbeigelaufen? Das waren die beiden Sachen. Wo war das Fotolabor jetzt? Irgendwo war das Fotolabor. Ein Stock tiefer. Okay, alles klar. Danke für den Hinweis. Ja. Geht auch nicht. Hm. So, warte mal. Wir hatten noch das Uhrenpendel. Und irgendwo noch eine Kiste. Aber wo wir jetzt hier sind, wir können mal diesen Entwicklerschwamm jetzt mal benutzen. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt aber noch ein Foto. Ja. Okay, wir haben ihn erstmal da ausgequetscht. Immerhin das. Ich hoffe, wir haben uns damit nichts verbaut. So, jetzt mal der Reihe nach. Jetzt gehen wir erstmal zum Teleskop. Jetzt ziehen wir erstmal den Teleskopplan durch. Vielleicht finden wir im Tresor irgendwas Interessantes. So. Jawohl. Okay. Gut. Ich speichere Sicherheitshalber nochmal. 037. Alles klar. Das war, glaube ich, zweimal nach rechts. Wir benutzen die Münze. Genau. Es dreht sich. Benutze nochmal die Münze. 1-0-2-9. Wunderbar. Sehr schön. Gut. Jetzt muss irgendjemand zum Tresor laufen. Ähm. Fast egal, wer das als nächstes macht. Beziehungsweise er muss reparieren, würde ich sagen. Äh, reparieren. Er ruft wieder an. Er hat das gut gemacht, das letzte Mal. Ja, komm. Dann lassen wir Bernhard. Der hat vielleicht noch Gegenstände, die hilfreich sind. Ist ja hier gleich. Die Tür war's, ne? So. Dann kommt jetzt der nächste Anruf. Ist das ein Autoschlüssel? Das fragt wilde Helde. Das könnte auch noch sein. Wenn du ein Foto abgeteilt hast, könntest du die Geheimsatz knipsen und dann entwickeln und vergrößern. Okay. So. Gut. Wir speichern nochmal. Wir speichern aber jetzt das letzte Mal über. Okay. Bernhard. Benutze. Telefon. Nochmal dasselbe. Bitte. Eins. Fünf. Vier. Sieben. Na. Schade, dass wir das Parfum nicht nehmen konnten. Hallo, sind das wieder Sie? Oh Gott. Nicht, dass es jetzt nicht mehr klappt, Leute. Das wäre jetzt fatal. Doch. Es klappt. So. Und das war 1,0, 2,9. 1,0, 2. Jawoll. Versiegelter Umschlag. Nimm versiegelter Umschlag. Mehr ist da nicht drin. Dann schnell wieder runter, würde ich so mal sagen. Scheiß drauf, dass der Tresor offen ist. Interessiert uns nicht. Und wir hauen mal schnell ab jetzt. Ich möchte nicht schon wieder erwischt werden. Wir gehen einfach mal hier rein. So. Okay. Prima. Puh. Gutes Gefühl. So. Also ein unbeschriebener Briefumschlag. Ein 1,5 Dollar ist da drin. Was soll denn der Scheiß schon wieder? Ein zerrissener Umschlag. Ein Viertel Dollar. Vielleicht gehen mit dem Viertel Dollar die Spielautomaten. Ansonsten, warum tut jemand in ein Tresor einen Umschlag mit einem Viertel Dollar drin? Gibt es ja auch keine weiteren Hinweise. Ja, das Parfum benutzen, das könnte ich vielleicht machen, aber die Frage ist, mit was, ne? Also, ist auf jeden Fall eine Option, die wir nochmal im Kopf behalten müssen. Oh nein, was passiert jetzt? Edna, ich habe Ärger mit dem Zombie-Mat. Ich muss mal den Strom abdrehen. Es dauert nur fünf oder sechs Minuten. Ist das alles, was du zu sagen hast? Du warst unten im Keller seit über fünf Jahren. Manchmal glaube ich, du liebst den Meteor mehr als mich. Beruhige dich, mein Schnucki-Putz. Weil wird alles wieder gut. Sicher. Okay, haben wir Leute da unten, die gefährdet sind? Du stehst da. Du stehst da. Du stehst da. Eigentlich ist niemand im Weg. Die Frage ist, ob das irgendwie relevant ist. Ich meinte... Hm. Jetzt wird es ja gleich dunkel, oder was? Okay, jetzt haben wir den Viertel Dollar. Das einzige ist jetzt noch die Geschichte mit den Spielautomaten. Das Blöde ist, ich traue mich jetzt nicht richtig raus, weil er hier oben eben war. Ich gucke mal, gibt es jetzt noch irgendwas, was wir sinnvollerweise machen können? Wir könnten noch das mit dem Werkzeug und den Brettern versuchen. Manuskript ist auch noch so ein bisschen unklar. Plastikfrüchte. Naja, und das mit dem, äh, mit den Automaten. Hey, Ed! Der Meteor will sich mal deinen Hamster und den Elektroschlagstock ausleihen. Wie bitte? Mein Hamster? Niemals! Pass lieber auf, Ed. Der Meteor mag das überhaupt nicht. Er denkt schon, du hättest meine lila Schlüsselkarte geklaut. Ach so, wir haben auch noch den Schlüssel, wo wir nicht wissen. Äh, ich weiß nicht, wovon du redest. Ohne Karte komme ich nicht zum Meteor. Okay. Oh, wirklich? Wir nehmen dich, Sohn. Okay, das waren ja zwar mehrere Infos. So, jetzt hoffen wir mal aber, dass die Gänge wieder frei sind. Also, wir haben den Viertel Dollar und wir haben noch einen Schlüssel, der irgendwo passen müsste. Glaube ich. Da wollten wir noch unten das Uhrwerk mal uns anschauen. Und eine Kiste habe ich noch. So. Ja, den Umschlag mit dem Manuskript an den Typen aus dem TV. Ja, das könnte man vielleicht machen, aber wir haben keine Briefmarken, oder? Der kleine Schlüssel für die Uhr. Stimmt. Klavier und Kassette für den Grün. Das ist noch was. Genau. Klavier. Oh, wir haben noch viele Sachen, die wir ausprobieren können. Guter Hinweis. Gut. Ich würde mal sagen, wir... Was ist jetzt los? Jetzt ist dieses verdammte Licht aus. Nein. Muss ich jetzt echt fünf Minuten warten? Letztendlich wieder an. Das ist so geil, dass das alles irgendwie so mit simuliert wird. Das ist wirklich gut. Das ist unglaublich gut eigentlich. Hm. Ich trau mich irgendwie nicht. Au. Er ist am Automaten. Er spielt. Er spielt am Meteor. Okay, das ist ein Hinweis, Leute. Gut, dass ich mir nicht rausgetraut habe. Wir müssen das, glaube ich, abwarten, oder? Er spielt am Meteor-Ding. Aber wozu? Vielleicht... Vielleicht kommen wir da an den Code unten für diesen Tresor ran, oder so. Die Frage ist... Hau bloß ab, du lila Schleimbeutel. Oh nein. Rühr mich nicht an. Sandy. Pupo Tentakel. Hör auf, mit den Experimenten zu spielen. Bringen sie her. Es ist gleich soweit. Hehehe. Oh nein, Leute. So. Auf geht's. So, Leute. Wir müssen zu den Automaten. Und die sind unten. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, die Automaten spielen eine große Rolle. Wann hier der Automat... Ich vergesse immer zu, wo irgendwas ist. Dann noch einen weiter unten. So, nach diesen ganzen Sequenzen... Hier, Meteor. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir mal speichern. 46. So. Jetzt aber. Benutzer... Viertel Dollar mit Münchschacht. Jawohl. Wie geil. Nein, bitte kein... Bitte kein Minigame. Nein, das waren... Das waren Zahlen, die man sich merken musste. Wie fies ist das denn, Leute? Wie fies ist das denn? Man musste sich den Highscore merken. Okay. 8640. Ist das oberste gewesen. Eigentlich müsste ich die beiden unteren mir jetzt auch nochmal merken. Ich konnte nur das erste mir merken. Ich lade das jetzt. Vielleicht könnt ihr die anderen... euch merken. So. Merkt euch mal die untere. Ich nehme jetzt die... Ich nehme jetzt die zweite. 8640. 1594. Und die untere war 0032. Habe ich doch gleichzeitig irgendwie mitbekommen. Okay. Die waren anders? Verdammt. Wären die jedes Mal neu gemacht? Okay. Aber jemand... Jemand hat sich alle drei gemerkt. 3301. Sehr, sehr cool. 3301. 1594. 0032. Ja. 8640. War doch richtig. Also doch nicht 3301. Gott, ihr bringt mich durcheinander. Okay, Leute. Das könnte so aussehen, als wäre das möglicherweise der Code unten für die Tür. Joa. Dann gehen wir mal runter. Das ist jetzt erstmal die heißeste Spur, die wir haben. Oder gab es noch irgendwo Code? Ich kann mich nicht erinnern. So, wer ist am nächsten dran? Du, kannst jetzt mal das Telefon verlassen. Auch wenn dir das bestimmt Spaß macht, Bernhard. So, drücke Kobold. Und runter mit dir. Oh, Leute. Die Spannung steigt. Gut. Ich würde sagen, wir speichern nochmal. Ich kann gar nicht aufhören. Wir kommen im Moment ganz gut voran. So. Benutze... Ne, öffne, ne? So, jetzt probieren wir es einfach mal von oben runter. 8, 6, 4, 0. 8, 6, 4. Jawohl! Wie geil. Oh nein. Was passiert jetzt? Was machst du denn hier? Achso, wir sollten ja nicht reingehen. Wir sollten ja die Mars-Leute holen. Habe ich dich beim Spionieren erwischt? Dr. Fred bezahlt nicht gut für sowas. Kann ich nur abhauen? Ah, ich kann reden, oder was? Ich habe nichts zu sagen. Ah, ich kann... Ah, wartet mal. Ich hätte noch was machen können. Wie, er schnett mich jetzt hier ein, wo ich gleich das wieder probieren kann? Wie geil. Gut, man hätte vielleicht noch irgendwie reagieren können. Es gab eine Zeitfenster. Das war ganz interessant. Ähm, was hätte man ihm geben können? Plastikfrüchte vielleicht? Plastikfrüchte. Verdammt, ich habe aber den Schlüssel nicht. Hm. Wisst ihr was? Dann lade ich doch lieber. Ist jetzt die einfache Variante. Okay. Wir öffnen nochmal die Tür. 8, 6, 4, 0. Und dann holen wir nochmal die Mars, Leute. Wir gehen mal jetzt nicht rein. So. Du bist hier. Und wir gehen zu... Ja. Und wir gehen jetzt zur... Warte mal, wo war das? Ach, das war noch eine Stockwerkhöhe. Die Mars-Polizei. Die Frage ist, wie kommt... Die haben doch jetzt nicht die Schlüsselkarte. Wie kommen die denn zum Mars an? Ich glaube, das ist noch nicht die Lösung, ehrlich gesagt. Ich glaube, die kommen dann auch noch nicht weiter. Aber wir probieren es trotzdem mal. Äh, warte mal. 1, 1, 3... 1, 1, 3, 8. Alles klar. Benutze Funkgerät. 1, 1, 3, 8. Ich bin gespannt jetzt. So, ich komme nochmal. Aber dieses Mal ist die Tür auf, klar? Ja, sie ist auf. Ich bin gespannt. Zeit, mir noch einen Schluck Whisky einzugießen. So, vom Mars dauert es ja ein bisschen. Eigentlich müsste ja hier unser anderer Freund... Der müsste das... Ah, ja. Alles klar. Schnappen wir sie. Zisch ab, Saugnapf. Beiseite. Da steht sie, Sandy. Wie er überall durchmarschiert. Krass, was sind alles die Räume? Endlich habe ich dich. Lila Meteor. Oh nein, du hast mich gefunden. Du kommst mit mir, Kraterball. Okay. Und jetzt? Gut, also der Meteor ist schon mal weg. Scheint gut zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Ach Gott. Okay, gut. Jetzt bleibt... Also wenn ich das richtig sehe, müssen wir jetzt diese Tentakel irgendwie ausschalten. Und dazu brauchen wir irgendwas. Die Frage ist, was? Die Tür ist jetzt auf. Oh, wartet mal. Hier ist ein Abzeichen. Ei. Meteorpolizei. Abzeichen Nummer 714. Okay. Vielleicht können wir ihm das Abzeichen jetzt zeigen. Gut. Wir müssen noch Sandy retten. Ja, das habe ich geahnt. Okay, ich würde mal sagen, wir speichern nochmal wieder. 054. So, dann versuche ich jetzt mal, ihm das Abzeichen zu geben oder zu zeigen. Mal gucken, ob das klappt. Ihr habt die Meteorpolizei geholt. Ja, das war schon mal gut. Dr. Fred ist schuld. Es ist alles seine Schuld. Ich bin unschuldig. Haha. Er ist dort drin. Schnappt ihn. Verhaftet ihn. Tötet ihn. Er ist verrückt. Ich helfe euch. Sehr geil. Ich bin euer Freund. Vertraut mir. Ich bin euer Freund. Vertraut mir. Ja, ich vertraue dir. Wie cool. Okay. Gut. Ey, wir kommen der Sache näher, Leute. Wir sind im Geheimlabor. Es ist kurz vor eins. Egal. Wir speichern nochmal. So. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Karte des Hauses. Eine Karte vom Haus. Ja, wer hätte das gedacht? Eine Kontrolltafel. Faszinierend. So. Natürlich suche ich den Raum ab. Ist doch ganz klar. Ist hier noch irgendwas? Ein kleiner Schalter. Aber wollen wir noch nicht benutzen. Hier ist ein Periskop. Okay. Da können wir weitergehen. Benutze Periskop. Ich sehe ein herzförmiges Bett. Nein. Er kann von da unten seine Frau beobachten. Oder was soll das? Ist das pervers, wenn man das bei seiner Frau macht? Ich benutze mal die Kontrolltafel. Kann er nicht. Öffne Kontrolltafel. Kann man nicht öffnen. Der Schalter ist möglicherweise einfach nur ein Lichtschalter. Schalter. Uiuiuiuiui. Schwarzlicht. Jetzt geht es hier ab. Wozu ist das jetzt hilfreich? Vielleicht hätte man das mit dem Tentakel noch anders lösen können. Das könnte auch sein. Hm. Hä? Jetzt sieht es ja noch anders aus. Was ist denn der Scheiß, Leute? Das ist jedes Mal anders. Okay. Jetzt müssen wir gut aufpassen, ob sich hier irgendwas Krasses verändert. Ob noch irgendwas machbar ist. Wie geil ist das denn? Ich bin total geflasht. Hm. Das ist der Zustand vorher. Okay. Hilft uns das irgendwie? Nee, das ist nicht der Zustand vorher, weil das Periskop kann ich nicht anwählen. Diese Symbole, sind die irgendwie von Bedeutung? Weiß ich nicht. Das ist der Zustand. Okay. Hm. Gut. Interessant. Psychodelisch, aber noch nicht so ganz klar, wozu es zu gebrauchen ist. So. Okay. Okay, Kruxy sagt, ich glaube, das ist nur ein Easter Fs im Remake mit der Grafik der Original-Version. Ah! Und der NES-Version. Ah, so cool. Okay. Gut. Im Moment weiß ich hier noch nicht anzufangen. Im Zweifel könnten wir vielleicht noch mal Bernhard holen, der noch hier irgendwas macht. Aber wir hatten ja gespeichert, ne? Ich werde einfach mal hier reingehen. Mal gucken, was passiert. Okay, jetzt werden wir gefangen genommen. Purpur-Tentakel! Eindringlinge! Purpur-Tentakel! Tja! Also, du hast es tatsächlich so weit geschafft. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl. Nein, was passiert jetzt mit Sandy? Ich starte die Selbstzerstörung. Nur ich kenne den Code zum Abschalten. Geschafft. Okay. In zwei Minuten fliegt alles in die Luft. Hehehehe. Gut, wir brauchen einen Code. Pepsi Automat. Komm mit! Sie hat nichts zu sagen. Hm, wartet mal. Kontrolltafel. Knöpfe in richtige Reihenfolge drücken. Ah, okay. Wartet mal. Eins. Okay, es ist eine Kombination mit Eins, Zwei, Drei, Vier. Schrank. Strahlenanzug. Wie geil. Wir benutzen den Strahlenanzug. Wieso? Nimm Strahlenanzug. Hahaha. So, wir haben noch diese scheiß Karte. Oh, was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Dr. Ed wurde kontrolliert, Leute. Aber halt. Die Selbstzerstörung wurde gestartet. Ich versuche, sie abzuschalten. Ja, erinnere dich, Dr. Ed. Erinnere dich. Ich habe es geschafft. Sehr geil. Entschuldigung, das ist mein verrückter Plan. Mann. Euch so viel Ärger bereitet hat. Wie kann ich euch für eure Hilfe danken? Äh, Bargeld wäre nicht schlecht. Hey, nicht so frech, Kleiner. Strike, Leute. Wir haben es geschafft.